Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zum heutigen Livestream. Es ist doch mal wieder Zeit. Nicht, dass nicht gestern Zeit war. Und vorgestern. Und den Tag davor. Aber egal. Livestream muss einfach sein. Und ich begrüße euch schon mal hier wieder zurück in unserer kleinen Spaziergang-Simulation. Hier in Death Stranding. Und ja, was geht? Bei euch gleich mal vorab habe ich eine Frage. Und zwar. Wie ist der Ton? Ich habe nämlich vorhin an meinem Ton rumgespielt. Und ich würde sagen, ich habe es verschlimmbessert. Ja, Ton ist gut. Okay. Aber ist ja phänomenal. Das ist doch die Frage. Wie AJ Styles. Das will ich wissen. Ja, ich hatte irgendwie so das Gefühl, als hätte ich es... Ich habe hier und da nachher klang das so scheiße. Und ich dachte, fuck, Alter. Kann ich das nicht einfach zurücksetzen? Es ging aber nicht. Und ja, keine Ahnung. Ganz komisch. Der Ton ist phänomenal. Na ja, gut. Und dann muss das ja so passen. Ich habe nämlich was eingestellt, dass wenn ich labere, dann geht automatisch das Spiel leiser. Und dann wird das Spiel wieder laut, wenn ich mal meine Fresse halte. Ähm, so in der Theorie. Ähm, aber ob die Umsetzung auch so gut funktioniert, werden wir gleich hören. Ähm, ja. Mal schauen, wie das läuft. Ähm, heute kein WWE 2K20? Nein, denn, Morin, solange der Ton ist etwas metallklingend. Ja, siehste. Und schon da kann ich nichts dran machen. Keine Ahnung, wie ich das ändere. Ähm. Vielleicht. Aber das kann es eigentlich auch nicht sein. So. Und dann. So. Ist das jetzt besser geworden? Oder ist das schlechter geworden? Oder habt ihr gar keine Ahnung, was ich von euch will? Okay, das sind die Fragen. Try Tyrex. Willkommen im Stream. Matze ist auch am Start. Ähm. So. Die haben Mautzi nach dir designt. Okay. Nach Matze? Engala Mautzi. Martin, du musst bei Pokémon dein Engala Mautzi Matze nennen. Jetzt will ich erstmal sehen, wie beleidigend das wieder ist. Gala Mautzi. Mautzi. Gala Mautzi. Wie ein Bart. Hä? Okay. Oder ist es doch eher das hier? Das sieht mehr aus, nach einem Bart. Oder? Ja. Mautzi. Willkommen im Stream. Nee, das andere. Also das hier, ne? Okay. Gut. Matze ist also der einzige Mensch auf unserem Planeten, der einen Bart hat. Aber ich sehe hier gerade noch, es gibt einen Smugmug. Auch mit Bart. Was ist denn das für ein Spiel? Was haben die denn gemacht? Oh ja, bei uns in der tollen neuen Region gibt es einfach alle Pokémon nur mit einem Bart. Ja. Komplett alles neu, alles anders. Ja. Macht Sinn. Finde ich auch. Sollte man so beibehalten. Naja. Werden wir auf jeden Fall auch noch machen. Denn Pokémon steht natürlich auch noch auf unserer Liste. Und ja, ihr dürft immer abstimmen am Ende des Livestreams, welches Spiel ich als nächstes spielen soll. Und aktuell hängen wir aber noch in dem Death Stranding rum. Ähm. Twitch hat schon wieder solche Probleme bei mir. Anko Bohr. Geh auf MG-Live.tv. Wie oft nur noch. Ähm. Äh. Mit Bart sind alle schöner. Ja. Sicherlich. Wo ist das harter Tobak-Emote? Das war scheiße. Wir brauchen ein schöneres. Äh. Wann kommt Star Wars? Auch das steht in der Liste, die man auswählen kann. Also es liegt einfach an euch. Wenn ihr das wollt, dann kommt's demnächst. Äh. Cat haut auf jeden Fall erstmal ein Raid rein mit 16 Leuten. Vielen Dank schon mal dafür. Grüße an alle, die da von Cat rüber kamen. Steppau. 15 Monate Resub. Schönen Gruß von Cat. Okay. Äh. Spezialist. 31 Monate Resub. Noch 5 Monate und dann sind es wirklich schon 3 Jahre. Das ist krass. Der Spalter. 35 Monate Resub. Tag gesagt. Äh. Tag zurückgesagt. Und The Phenomenal Back. Hey. 29 Monate. Fast 30. Und Matthias. 8 Monate Resub. Vielen Dank. Ähm. Ich habe heute, neben dem Geburtstag meiner Freundin und Wrestling Training so ein bisschen und so weiter, ähm, habe ich heute die, achso erstmal ist der Ton jetzt besser geworden oder schlechter, äh, habe ich heute die Giveaways aus den letzten 2 Wochen oder so eingepackt. Äh, das heißt, dass das dann morgen oder so auch wieder an euch raus geht. Ähm, da bin ich dann also auch dran. Dann, ansonsten habe ich den NXT, äh, den ECW-Titel, den ich jetzt eigentlich gerade verkaufe. Ich bin schon wieder kurz davor, den doch nicht zu verkaufen. Ich habe den jetzt hier angelegt. Guck mal. Kann man machen, oder? Autogrammkarten mache ich auch noch fertig. Äh, so, ähm, ja. Habt ihr sonst irgendwas auf dem Herzen? Irgendwas, worüber wir reden müssen? Irgendwas. Ähm, wie machst du das eigentlich mit dem blauen, äh, Universal-Titel? Neukauf oder Umledern? Steppau, du hast mein Review zu Smackdown nicht geguckt. Schäme dich, mein Freund. Schäme dich. Ähm, so, gut, bin kein Sub mehr. Project Flow, na denn, aber mal ran. Aber, heavy, hopp, und so. Aber mal ganz schnell. Ähm, jo. So, ansonsten, ist sonst noch irgendwas passiert? Ich war gestern Abend essen, ähm, in einem sehr feinen Restaurant hier in der Halbjahrstacht. Und, äh, es war sehr lecker. Kann mich nicht beschweren. Das heißt, gestern habe ich mal schön reingehauen. Project Flow, Stufe 2, 28 Monate Re-Tab. Das geht natürlich klar. Vielen, vielen Dank. Ähm, so, doch Review zu Smackdown. Schaut auf, wieder vergessen. Zu viel gefeiert das Wochenende. Alles verserfen. Alles verserfen. Prometheus, Alter, dank für deinen Zweier. Äh, guckst du den Sonic-Film im Februar? Ähm, ich werde den Sonic-Film auf jeden Fall gucken, wenn er irgendwann mal auf Netflix online ist. Ich hab zur Zeit nicht wirklich viel Zeit, ins Kino zu gehen. Und das wird sich im Februar auch nicht ändern. Von daher, ähm, würde ich eher sagen, nein. Das, äh, wird sich nicht im Kino gegeben. Ähm, Alkohol trinke ich keinen, auch beim Feiern nicht. Aber trotzdem alles vergessen. Naja. Das ist dann Alzheimer, oder? Ich hätte es jetzt auf den Alkohol geschoben, aber dann ist es wohl doch Alzheimer. Ähm, gut. Außerdem steht der NXT-Tagteam-Titel jetzt hier unten. Den ihr übrigens auch kaufen könnt. Ja, Angebote werden auf jeden Fall angenommen. Ähm, für alle, die dann schon mal, äh, soweit sind. Und dann hoffe ich, dass ihr alle Tickets für Unlimited Wrestling gekauft habt. Das ist mir vorhin eingefallen. Ich könnte vor meinem Livestream ja eigentlich noch so einen kleinen Clip machen. So einen, so einen, keine Ahnung, äh, irgendwie so einen Hype. So einen kleinen 15-Sekunden-Hype-Trailer. Den würde ich gerne machen. Ähm. Eigentlich könnte ich das wieder mit euch zusammen machen. Aber mach ich eh nicht. Mach ich irgendwann wieder mitten in der Nacht oder so. Das Ding ist, ich kann meinen Sub nicht verlängern. Hab Twitch-Support angeschrieben und die meinten, ich sollte es morgen nochmal probieren. Falls es denn nicht geht, setzen sie es zurück. Ja. Heute ist ja auch noch nicht morgen. Aber gut. Du versuchst es wenigstens. Ja. Das soll ja angeblich, äh, schon viel ausrichten. Ähm. Ja. Ansonsten ist eigentlich gar nicht so viel passiert. Bei mir auf jeden Fall nicht. Ähm. Nö. Richtig unspektakulär hier heute. Was ist das? Sonst labere ich mir nur einen Ast. Aber es ist einfach, es ist nichts passiert. Nichts Lustiges, nichts Großartiges. Ähm. Ich habe Unlimited-T-Shirts gekauft. Die sind jetzt in den letzten Tagen alle eingetroffen. Das heißt, ich habe jetzt in meinem Abstellraum 100 T-Shirts. Das ist natürlich auch komplett krank. Ähm. Guck mal, wie viele Fingerabdrücke da drauf sind. Das kriegst du nie wieder weg. Das ist schon krank. Ähm. Aber das hier, das hier, diese Entfernung, also du tickst doch wohl nicht mehr richtig. Ja. Als wenn ich der einzige Mensch bin auf unserem Planeten, der Warlanger für den NXT-Titel braucht. Also kapiere ich einfach mal auch gar nicht. Auf jeden Fall, ähm. Ja, weiß ich jetzt nicht, wie ich diese... Also der Abstand ist natürlich schon groß. Aber wie ich dieses Teil hier irgendwie an die Wand kriegen kann. Deswegen weiß er nicht so richtig, wohin jetzt damit. Also er hat keinen Platz. Er findet seinen Platz noch nicht so richtig. Das ist schade. Aber naja. Was willst du machen? So, das war jetzt alles, was ich euch erzählen konnte. Das war's also mit dem Livestream. Tschüss. Macht's gut. Ähm. Belt-Hanger for Replica-Belts. Ja. Erstmal, Wrestling Superstore ist schon mal richtig scheiße. Da kannst du schon mal von ausgehen. Ähm. Das kannst du dir nicht leisten. Ähm. Okay. Original NXT Belt-Size Warlanger. Okay. Das ist schon mal nicht so schlicht. Aber. Das Problem daran ist. Ähm. Das Problem daran ist, dass ich auf jeden Fall hier erstmal 50 Euro Versand zahlen muss. Und dann nochmal. Ähm. Sorry. Also das ist auch scheiße. Ähm. Kennst du keinen, der 3D-Druck hat und einen Warlanger machen kann? Theoretisch würde das gehen. Aber ich weiß nicht, ob das hält. Weil das ist ja schon ganz schön schwer, das Ding. Ähm. Weiß nicht. Eigentlich ist es nur ein Stück Leder, was man braucht. Hier. So einen Teil brauche ich. Oh. Toll. Kann ich das jetzt nicht mehr zeigen? Doch. So was. So einen Scheiß brauche ich. Das ist ja nur ein bisschen Leder. Und so ein paar Knöpfe drin. Und das ist gut. Aber. Scheint wohl für den Typen, der das hauptberuflich macht. Ach ja. Warte mal. Ich könnte noch einen anderen anschreiben. Ich könnte ja noch Paul Martin anschreiben, ob er mir den bastelt. Das wäre natürlich auch eine Lösung. Okay. Aber ich wollte auf jeden Fall. Ich habe einen auf Ebay angeschrieben. Oder einen auf Ebay gekauft. Und der hat mir zurückgeschrieben. Jo. Schön, dass du den gekauft hast. Aber ich kann ihn nicht machen. Kann man ihn nicht mit Nägeln aufhängen? Nee, das ist scheiße. Mit Nägeln. Das ist richtig scheiße. Da brauchst du schon einen richtigen Wallhanger dafür. Gut. Das sind die Infos zu mir. Da ihr hier nichts schreibt, was ihr so heute gemacht habt. Habt ihr irgendwen gesehen? Als ihr heute unterwegs wart? Unterwegs wart? Da holt ihr ein Stück Leder und ein hoch, lang, Loch, Zang, Zett. Dann kannst du das selber machen. Aber wie kriege ich da Knöpfe rein? Wie kriege ich da Knöpfe rein? Wo kriege ich Knöpfe her? Ach, keine Ahnung. So, gut. Spring jetzt Game. Ich hoffe, ihr habt Bock. Für die Leute, die die letzten 2000 Livestreams nicht gesehen haben, die ich jetzt die letzten Tage gemacht habe, das tut mir natürlich erstmal leid. Aber, es ist halt so, das heißt, 113 Leute, die jetzt entweder abschalten, also die Hälfte davon, oder die versuchen, es irgendwie zusammen zu friemeln, was ich jetzt hier für lustige Scheiße mache. Den ganzen Tag Star Wars getalkt, bin jetzt durch. Sehr gut. Star Wars steht, wie gesagt, auch noch auf meiner Liste. You just made the list. Und deswegen werde ich das natürlich auch noch machen. So. Ich will heute, auf jeden Fall, weil ich da irgendwas verstellt habe, sehr viele Infos über den Ton haben. Immer, wenn irgendwas nicht passt. Wenn irgendwas scheiße ist. Irgendetwas. Ich will's wissen. Deswegen schreibt mir das am besten gleich. Unser DL-Paketbode Morning. Ist so. Wie viel Prozent der Story hast du geschafft? Ich habe keine Ahnung. Ich kann dir aber sagen, dass ich 21 Stunden Spielzeit habe. Wenn nicht mittlerweile schon wieder mehr. Oder hatten wir hier das letzte Mal geguckt? Hier laden. Pass auf. 21 Stunden. 47. Spiel ich dieses schöne Spiel schon. Knetmasse. Grüße. Wenn du einen Dachdecker Nägel nimmst, haben die doch einen breiteren Kopf und müsste da in die Druckknöpfe passen. Das ist doch scheiße. Erstens hängt der denn falsch rum. Weil ich habe hier alle meine Championships mit den Knöpfen oben. Also mit den, also quasi, wie sagt man das denn? Also wenn du deinen Kopf nach links kippst, dann hängt er richtig. Und den einen soll nicht falsch rumhängen? Das ist doch scheiße. Also knapp etwas über die Hälfte der Spielzeit. So sagst du das. Aber ob das auch wirklich so ist. Denn ich habe hier und da vielleicht so ein bisschen was verkackt. Ja? Oft. Aber, naja, man kann nicht alles schaffen. So, ich bin leider ohne mein Baby unterwegs. Ohne meinen kleinen Adam Cole. Was es natürlich schon mal scheiße macht. Ich habe kein Auto. Weil mein Auto ist da oben irgendwo. Explodiert gestern Nacht. Ist also auch wieder scheiße gelaufen. Das heißt, ich darf jetzt erstmal schön den ganzen verschissenen Weg hier wieder zurückrennen. Weil es so toll ist. Ganzer Stream war quasi umsonst. Könnte man sagen. Also da gibt es aber noch 10 bis 100 Livestreams mit den Gamen. Das kann sein. Ich würde das nicht nicht komplett abwegig finden. Es kann wirklich sein, dass ich dieses Spiel hier noch ewig spiele. Ich hatte berechnet mit F von X dass ich, wenn ich einfach nur normal meine Livestreams gemacht hätte. Dass ich dann dieses Spiel bis Februar gespielt hätte. Und deswegen spiele ich jetzt jeden Tag dieses Spiel. Deswegen streamen wir gerade jeden verdammten Tag. Wer es übrigens noch nicht mitbekommen hat. Ich streame jetzt jeden Tag. Geil, wa? Kann man geil finden oder auch nicht. Auf jeden Fall komme ich damit aber dann auf jeden Fall ein bisschen schneller durch. Also ich schätze mal also wenn ich die nächste Woche nochmal so durchziehe dann bin ich dann müsste ich eigentlich nächste Woche durch sein. Wenn ich wirklich jetzt nächste Woche auch nochmal jeden Tag streame dann können wir nächste Woche mit einem anderen Spiel anfangen. also nicht die Woche die jetzt kommt sondern die nächste. Und dann ist ja am Samstag sowieso WWE 2K20 mit NXT TakeOver und am Sonntag ist ja sowieso WWE 2K20 mit Survivor Series und das heißt dass wir sowieso nächste Woche zweimal schon mal WWE spielen. Detail ist auch dass wir nur noch ansonsten äh 5 Tage zur Verfügung haben aber ich spiele dieses Spiel ja auch nicht nur 3 Stunden wie ich ja sonst immer meine Leistungsmacht habe sondern das spiele ich ja hier manchmal 5 Stunden was also auch wieder heißt dass ich ich denke mal in den nächsten 5 Tagen hier durch sein werde. Das wird schon klappen. Ups. Bei Assassin's Creed warst du auch sehr lange beschäftigt. Ja. Aber da habe ich halt die normalen Streams dafür genutzt. Das mache ich ja jetzt nicht. Jetzt nutze ich halt die Nebenstreams. 2K20 lohnt sich ja eh noch nicht. 2K20 lohnt sich auch nicht. Deswegen ich muss halt am am Samstag Sonntag wegen dem Pay-Per-View das Spiel spielen aber naja Wälder brauche ich für den neuen NXT Titel das ist schwierig zu sagen miss am besten einfach die Knopfabstände und dann schickst du dem Typen auf Ebay einfach die Maße und sagst was du genau brauchst. Das ist die einzige Lösung die du hast. South Central grüße dich grüße dich kann er keinen Schlitten bauen oder so dass ich einfach mal eiskalt runterrodeln kann das war doch mal nice wie ist denn das jetzt eigentlich mit dem Ton Merk boah 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 hoppala ähm ist das jetzt so klappt das alles dass ich ähm dass der Spielsound leiser wird wenn ich finde das Game sehr leise gut dass du das ganz ungefragt gleich hier raushaust hast du ein bisschen lauter gemacht aber du kannst natürlich immer wieder schreiben wenn du jeden Tag streamst wird das dann 20 Uhr ähm nein ich habe ja die letzten Tage auch mal um 10 gestreamt oder so wenn du redest höre ich das Game gar nicht mehr okay das ist doch eine wichtige Info also funktioniert auf jeden Fall schon mal meine Einstellung dass das jetzt hoch und runter geht ähm so ich habe es ein bisschen geändert jetzt dürft ihr auch wieder schreiben ob das so gut ist oder ob das so scheiße ist wo muss ich hin da muss ich hin zu diesem UFO ach bin noch gar nicht beim UFO okay okay Wieso kann ich jetzt da keine Markierungen setzen? Ist ja komisch. Oh, hier komme ich doch mit Sicherheit nicht hoch. Ah, doch. Den beiden ein bisschen in MW zocken. Das ist immer gut. Den Skill aufrecht halten. Könnte ich auch einen Euro für den NX-Detail-Team-Titel bieten. Du kannst ihn bieten, aber da wird er natürlich nicht verkauft. Das kannst du natürlich auch sagen. So, sollte ich jetzt hier hin? Nee, ne? Das ist am Eichbild immer noch nicht da. So, raus aus diesem Schneebeet hier. Gar keinen Bock. Wenn ich das schon sehe und mir denke, wir haben jetzt auch Winter. Da könntest du wieder ausflippen. Können wir nicht Schnee einfach abschaffen? Jetzt ist es auf jeden Fall besser. Man hört das Game auch, wenn du redest. Aber das geht schon hoch und runter, ne? So wie ich mir das gedacht habe. Oh! Hoppala! Aber der Unterschied sollte nicht allzu groß sein. Aber ja. Also er soll nicht allzu groß sein. So. Ja, wir wollen zumindest vorerst so schnell keinen Schnee bekommen. Ich will gar keinen Schnee bekommen. Weg mit dem Scheiß. Ich höre keinen Unterschied. Wie keinen Unterschied. Also, wenn ich rede, wird es doch nicht leiser? Oder was? Ja, die Funke von The Fiend habe ich gesehen. Kommt im März. Mega nice. Ja, die ist wirklich geil. Habe ich auch gesehen. Das ist mal eine coole Idee. Okay. So. Liefern. Verlorene Fracht liefern. Keine Ahnung, warum ich das liefern kann. Naja. Also Hauptsache es ist richtig geiler Sound und alles. Und Hauptsache es ist der wunderschönste Stream, was die Tonqualität angeht, was ihr je gehört habt. Ich teste mal mit Kopfhörern. Die haben bessere Soundqualität als meine Boxen. So. Okay. Taktakt. Ausrüstung herstellen. Was kann ich jetzt wieder herstellen? Aha. Oh. Also auf jeder Straße quasi. Na ja, dann nehmen wir das mal mit, wa? Ich kann mir auch eigentlich gleich ein Auto bauen. Aber ich weiß auch nicht mal, wo ich jetzt hin muss. Na, wir gucken mal. Wie viel hattest du für den Tag Team Titel bekommen? NX Tag Team Titel bekommen? Noch gar nichts. Der ist noch da. Ähm, das sagt die jetzt, nachdem du vom Berg wieder runter bist. Ja, auf jeden Fall. Aber vielleicht muss ich auch wieder drauf. Das weiß ich ja noch nicht. So, mein Bot hat einen schönen Auftrag angezogen hier. Alles erledigt. Schön. Gibt keine Botaufträge mehr. Aber hier geht's weiter. Guck mal, die Mission heißt Bergsteiger. Naja, das kann wohl auch nicht so toll sein. Gut, dann kann ich mir den Scheiß gleich anziehen. Meine Boxen war die Differenz anscheinend zu gering. Äh, ja doch. Ton wird leiser, wenn du sprichst. Mit Kopfhörern merkt man das gut. Okay. Aber ist es jetzt so leise, dass man die nicht mehr labern hört? Fahrzeuge rausholen. Ist irgendwie ein Scheißfahrzeug. Aufbrechen. Welche Tür? Ne, das Labern hat man dennoch gehört. Ah, Traktore reden. So, warte mal. Ich hole mir jetzt hier schön erstmal einen schönen Truck. Das kann ich hier brauchen. Wo sind sie ein Muckelmann? So. Mein Adam Cole Baby ist immer noch nicht dabei. Aber zumindest haben wir eine Karre am Stab. Und da die ja unkaputt war, ist. Wird das natürlich wieder sehr gut funktionieren. So. Dann schauen wir mal, wo wir jetzt hin müssen. Da lang. Boah, Bergsteiger. Das klingt nach mir. Dann düsen wir nur mal aus hier. So. Der Bergsteiger in Form meiner eigenen Karre ist auf jeden Fall wieder da. Und es schneit schon wieder. Wer hat denn hier diesen Schnee eigentlich, äh, hergebracht? Zum in die nächste Schlucht versenken. Die Karre? So was passiert mir noch nicht. So was ist mir noch nie passiert. Also, das ist ja nur wirklich Quatsch, was ich jetzt wieder erzähle. Oha, aber jetzt kommen sie wieder, die Jungs. Scheiße. Scheiße. Mal meinen Scheiß ausrüsten. Nee, natürlich nicht. Oha, Mama! Schnell, äh, schnell. Abhauen, abhauen, abhauen. Jib, 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 Junge. Ich baller jetzt einfach schnell durch. Das wird schon passen. Alter, der quält sich hier durch den Schnee. Uah! Alter. Udi. Sind die schneller als mein Auto? Das klingt auf jeden Fall so. Oh, nee, ne? Oh, da kommt ein hoher Berg. Oh, der Berg ist hoch. Da kommt selbst meine Karre nicht hoch. Oh, meine Ohren. Was denn jetzt? Zu laut, zu leise? Ich muss das alles wissen. Oh, ey, das wird jetzt hier... Das wird eine Tortur hier. Warum hauen keine Schneeketten drauf? Krefelder, 36 Monate, Alter. Vielen Dank. Das ist ja hier richtig viel eigentlich. Oh, nee. Der darf nicht stehen bleiben, ey. Der bist du verloren. Nein, es war nicht auf dein Geschreier Kopfhörer gefasst. Achso. Oh, nee, Alter. Gebt euch das. Die Pferde in Skyrim können mal wieder einpacken. Wir fahren die Wand hoch. So, wo sind wir denn jetzt hier eigentlich? Sind wir schon wieder vorbei, oder was? Da müssen wir hin? Hä, das müsst ihr doch hier bald kommen. Ist doch alles gut? Wo euer Problem ist, finde ich, was? Steigen wir um 50 Prozent. Ja, aber ungefähr, ne? Oh, komm. Ja, aber ungefähr, ne? Oh, komm. Komm, Junge. Nein, 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 nein Aber für uns Bergsteiger gar kein Problem. Ich habe keine Idee für einen harter Torwaggenot. Ich weiß es nicht. Ich kann mir da selbst nichts davorstehen. Boah, Alter. Oh, jetzt geht er nicht weiter, oder was? Ey. Und jetzt fahre ich hier wieder den Berg runter? Nee, das kann doch nicht sein. Was soll denn das sein hier? Ich glaube nicht, dass irgendwer, der diese Karre gebaut hat, sich gedacht hat, dass sowas mal passiert. Dass irgendeiner so eine Scheiße mit dem Auto machen wird. Ihr habt doch gesagt, die Karre ist für auf Rot geeignet. Äh? 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 Aha. Da sind wir. Oh, oh, Verzeihung. Ganz ruhig. Ganz langsam. Jawohl. Ganz vorsichtig. Einparken will gelernt sein. Ja. Und guten Tag. Ohne Probleme hier hergefunden, würde ich sagen. Heiratantrieb ist da. Mehr als das. In dem Gesicht, wo hart der Tobak drüber steht. Das ist zu viel. Du hast nur 28 Pixel. Mal 28. Kriegst du die Kohle? Wenn ich die Werbung hier schaue, ja, dann kriege ich ein bisschen Kohle, ja. Vielen Dank. Ich habe ihr die Medizin gegeben. So, das war kein Problem. Okay, bei dem Headset höre ich meinen Körper nicht mehr, das weite ich nur auf. Na dann. Aber ich mache mir nichts vor. Die Katze, die soll mir auch völlig am durchdrehen. Brennt oder so. Tja. Sie ist schwanger und muss schnellstmöglich untersucht werden. Bitte, du musst für mich den Arzt aussuchen. Er hat so eine Maschine, die vielleicht helfen kann. Ich habe die Einzelheiten nicht verstanden. Die Verbindung war schlecht. Aber jemand muss sie herbringen. Nimm dir aus dem Regal, was du brauchst. Ach, nimm einfach alles. Danke. Ich gebe mir alles. Wieso, ich weiß mir, was im Privaten spinnt. Aufträge annehmen. Yes. Dringend. Bergsteiger, Olive, Wogen. Oh ey, das ist auch ein Ritt. Und, sag mal. Was die hier alle wollen, ey. Der Kunde verlangt, dass du den Auftrag so schnell wie möglich abschließt. Ja, Mann. Anders gesagt, denn... Aber denk dran. Außerhalb der Netzabdeckung kannst du keine zusätzlichen Gegenstände herstellen. Wähle mit Bedacht aus der Ausrüstung aus, die der Kunde bereitstellt. Die Uhr läuft erst los, wenn du aufbrichst. Also, ich nehm dir Zeit und stelle erst deine Ausrüstung zusammen. Ich nehm einfach alles. Noch ein Lassbeschweber. Aufbrechen. Das hältst du von YouNow. Gar nix. Absolut gar nix. Angesichts des Zustandes der Patienten. Also, das ist auch so ne Sache, da würde ich nie streamen. Das ist doch eh nur für Pädophile, oder? Ach ne, das war ja TikTok. Ähm... Aber dein BB kann noch etwas warten. Außerdem sollte es ihm schneller besser gehen, wenn du das Hirale-Netzwerk vergrößerst. Das ist nix. Ich weiß, dass Max zum Neuesten mal gestreamt hat. Aber... Ich glaube, das macht er mittlerweile auch nicht mehr. Naja. Also, YouNow ist nix. Ich hatte mal eine Anfrage von YouNow bekommen, von wegen, ja hier, ob ich nicht Lust hätte, bei denen zu streamen und so. Aber... Die habe ich dankend abgelehnt. Dann bleibe ich doch lieber bei Twitch. Ich fahr doch schon wieder kompletten Müll, oder? Ich fahr doch hier schon wieder eine komplette Scheiße zusammen. Oh ne, oh ne, oh, oh, hoppala. So, regnet irgendwas jetzt hier wieder. Wow! Scheiße! Oh, ihr Dankeschön. Das will ich bitte mal in Ruhe. Vielen Dank. Jawoll, so meine Freunde, hier, bitte, das könnt ihr essen, das ist extra für euch. So, gut, dass ich mich jetzt sehr gut gegen diese komischen Viecher wehren kann. Äh, benutzt. Ich laden weg damit. So, das nehmen wir mit. Und dann abhauen. Die Funko von vielen vorbestellt bei Amazon, oder wo hast du die vorbestellt? Hat das irgendwie auf dem Friedhof, oder was? Nee, nicht schon wieder. Oh, da ist ja noch einer. Ja gut, auf dem Friedhof ist natürlich einiges los, ne? Das ist natürlich scheiße laufen. Oh, abschütteln, abschütteln. Wie beim Masturbieren, abschütteln. Nein, 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 nein Nicht weit. Schon wieder so ein Vieh, Alter. Komm her, ich mach's schnackig, Junge. Auf dass du aber mal sowas von verschwindest hier. Mein junger Freund. Das wird aber nix. Oh. Bam. Die Frage ist natürlich, hab ich genug? Wann krieg ich denn nicht Blutgranaten Stufe 2? Guck mal, interessant. Klonk. So, warte mal. Ablegen. Und, äh... Vielleicht neue dazu. Aua, das hat Weta noch. Äh... Hübeutel. Da ist wieder einer, der gibt mir schön stuff. Danke dir, Junge. Das ist ein cooler Typ. So, wo ist das Vieh? Na? Ey, der kotzt! Nicht spucken, ja? Danke. Schön schlucken. Wie sich das hier hört. So, ablegen. Dann... Machen wir weiter mit... ...den Granatens. Und Granados. Och, jo, danke. Wübeutel. Jo, danke. Boah, oh. Beschädigt. Truck. Wer macht denn hier meinen Truck kaputt? Oh, nee. Komm her, jo. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Da ist er! Ja, ich kann das auch, Junge. Headshot! Scheiße, meinen ganzen Scheiß wieder mitnehmen, bitte. Ist alles meins. Das gehört auch mir. Lassen Sie dies. Och, Mann, ey. Komm, das ist nicht mehr viel. Jetzt nehme ich hier meine... ...mein Sturmgewehr... ...mit Blutkugeln. Jetzt gibt's hier auf der 12. Wo ist er denn? Da kommt er! Tja. Das ist wohl dumm hier laufen. Selbstschuld. So, jetzt haben wir den ganzen Scheiß hier. Loot. Alles Loot. Cool wäre, wenn man quasi diese Region hier befreit, wenn man dieses End-Boss-Dings, wenn man halt diesen Boss killt. Aber ich glaube, das ist nicht so. So, jetzt stehe ich hier, würde mal aber gerne wissen, wo meine Karre ist. Das war sie wieder komplett. Weiß man, wann der nächste Patch von 2K20 kommen soll? Am 25. habe ich gehört. Wir sind seit Freitag UFC 3, macht voll Bock. Ja, macht auch Bock, wenn du weißt, wie es funktioniert. Reptile, Xavier, 3 Monate, Risa. Dankeschön. So, da ist mein Truck, da muss ich hin. Da. Oh, scheiße. Ach, da steht er doch, ich sehe ihn noch. Trucki! Mein Schatz. Hallo? Sieht zwar nicht mehr ganz so gut aus, aber aussehen spielt da angeblich keine Rolle. Natürlich, weil sie das stehen. 0 zu 20, Kappa. Ah ja. Das kenne ich. So, kein Problem. Da mal. Jetzt. Also auf jeden Fall, aber so ein bisschen ist es doch so, dass ich hier diesen Ort jetzt gereinigt habe. Weil ja jetzt hier keine anderen Viecher mehr sind. Hm. Oh, shit. Oh, nee. Oh, er hängt schon wieder hier auf, quer. Ja. Ja, ne? So geht's auch. Yes. Oh, nee. Gleich an den nächsten Stein. Oh, ich hänge schon wieder fest. Er rammelt. Er rammelt den Stein. Mein Auto vögelt mit dem Stein rum. Also soll ich kurz weggehen, oder? Wie sieht's aus? Aber wir hatten ja sich gerade hochgebockt. Scheiße, ey. Alle Räder sind in der Luft, oder? Ja, komplett. Jedes einzelne Rad ist in der Luft. Na, dankeschön. Das ist doch auch schon unter Scheiße hier laufen. Ah. Dann packe ich jetzt mal hier erstmal den Blutbeutel beiseite. Und den ja auch. So, Geschwindigkeitsskelett. Geländerskelett. Anziehen. Neh, Mann. Ich würde mit der Kampagne anfangen, aber ich habe wirklich so Bock. Ich habe mich wirklich so Bock drauf und spiele daher aussichtlich online. Ja, das ist wahrscheinlich auch das... Achso. Äh, bei UC? Na gut. Aber der passt doch nur aus der Fresse, oder? Wer ist da quer, siehst du mehr. So sieht's aus. Das schafft nur, Martin. Äh, ja für deine großartige Videos, den ganzen Reviews, was da erarbeitet und steckt. Danke für die ganzen Reviews, die du in der Woche machst. Außer mit dem... Jo, danke dir. Nur dank dir kann ich den ganzen Scheiß überhaupt machen. Dann würde ich wieder Versicherung verkaufen. Alter, der Omis in ihre Rente bringen will ist. GTA 5 Online. Meiner Meinung nach, das ist ein nerze Spiel, die jemals gewesen ist. Das ist ein Riesenhype auf GTA 6. Ja, wenn das irgendwann mal kommt. Tausend Jahren. Aber das Zellende-Ding, das, äh, funktioniert ganz gut. Okay, da drüben ist die Brücke. Ist nicht hier wieder ne Haus, oder? Guck mal. Ja! Guck mal, da kann ich doch hier mal wieder erstmal schnell ein Auto besorgen. Versicherungs-Insider packt aus. Zähle ich gerne alles. Ich habe auch nie Omis um ihr Geld betrogen. Ich habe denen gesagt, was Phase ist und entweder sie wollten die Scheiße haben oder nicht. Mir, oh ja, ey. Wer spielt denn noch so wirklich GTA 5? Ich glaube, da spielen noch richtig viele. Ich würde sagen, das ist wahrscheinlich sogar das... ...auf Konsolen oder so, das am meisten gespielt zu spielen überhaupt. Immer noch. Minecraft, Fortnite, okay, ja, die ganzen Hype-Spiele, Call of Duty vielleicht jetzt. Aber ich glaube, im Groben und Ganzen, GTA geht noch bei vielen. Ja, ich glaube, da ist noch ein, zwei Mal vorher. Aha. Der Bot hat jetzt wieder was zu tun. Ich habe ja GTA 5 auch, zweimal. Und mal für Xbox 360, wo ich es gespielt habe. Und dann habe ich es mir nochmal für PS4 besorgt. Und da habe ich es nur mal kurz gespielt und dann wieder angefasst. Ich habe ein Bild von dir. Das ist gut. Soll ich das mal auf Discord stellen? Ja, wenn du willst. So, nicht warum, aber mach mal. Mach mal raus. Machst doch, wie gehe ich auf den Bild oder was? Was willst du mir nachstellen? Wenn ihr möchtet, dass ich Pokémon spiele. Also ich habe es auf jeden Fall und es wäre bereit, jederzeit loszulegen. Aber ich muss halt noch viel das hier spielen. Was heißt viel? Ich werde diese Woche damit fertig. In den nächsten fünf Tagen werde ich dieses Spiel beenden. Es scheint zwar noch in weiter Ferne, aber ich streame einfach so lange, bis wir das durch haben. Und ihr könnt dann entscheiden, was wir dann spielen. Wenn ihr Pokémon wollt, machen wir das. Sam, benutze das Liefer-Terminal. 24-5-Stream-Inkommel. 24-7, fünf Tage die Woche, oder ja. Streamst du jeden Tag jetzt wegen dem Game? Ja, muss ich ja leider. Sonst komme ich nie durch. Ich habe euch doch gestern erzählt, dass mich hier irgendein Vieh gestochen hat, ne? Jetzt hat mich wieder heute was gestochen. Und zwar hier. Auf meinem Bauch. Was ist denn das? Was ist mit diesem Vieh los, was hier scheinbar rumfliegt? Und andauernd mich piekst und es juckt? Kann ja nur eine Mücke sein. Was ist denn das alles so ein Scheiß? Auf dem Bauch. Warum leider für uns ist das Unterhaltung pur. Ja, aber ich komme ja sonst zu nichts. Kann ich mir ein Championship mit echtem Gold vergolden? Warum feierst du nicht mit deiner Freundin? Weil die schon schläft. Darum. Ich kann mich natürlich gerne neben das Bett stehen. Mit so einer Tröte und dann ganz leise. Party. Party, Party. Aber die Penalty schon. Hatte ich ne Gelse gestochen? Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Aber kann doch nicht jeden Tag. Oder ist das irgendwas, was nicht stirbt oder sowas? Meine Pen auch schon seit ne Stunde. Ja, Frauen schlafen viel. Dabei machen die doch nix den ganzen Tag. Stechmücken halten sich. Scheiß Viecher. Süßes Blut hast du wegen dem Energy. Und in dem Energy ist nicht mal Zucker drin. Die denken immer, ich hab richtig süßes Blut. Und dann trinken die das und denken sich so. Scheiße. So, warte mal. Jetzt muss ich wieder zurück. Oh, gibt's da keinen besseren Weg, ey. Gibt's da nix von Ratio fahren, oder? Muss ich wieder diesen ganzen Weg fahren? Jetzt fängt es wieder an zu regnen. Toll. Ist das Finanzamt schon gemeldet? Alter. Habe ich euch das nicht gestern schon erzählt? Dass mir das Finanzamt wieder mein ganzes Geld vom Konto geballert hat? Was wollen die sich denn melden? Die buchen einfach ab, die Jungs. Da meldet sich keiner. Ist ja nicht so, dass du vorher einen Brief kriegst, wo drin steht, hey. Wir buchen dir demnächst 2400 Euro ab. Ist okay, oder? So, dass man mal vorbereitet ist und vielleicht auch irgendwie Geld auf dem Konto hat. Nee. Die buchen einfach ab. Aber ist das hier nicht so ein Unterstand? So ein Regen-Unterstand-Ding? Kann ich hier nicht drauf warten, bis der Regen aufhört? Konstruktionsmenü. Zeit in den Zeitregen-Unterstand verbringen. Es sind 10 Minuten vergangen. Cool. Gut, dass ich gerade eine Mission habe, die unter Zeitdruck ist. Erstmal kurz ein Päuschen einlegen, ja? Das muss schon mal sein. Kann ich durchziehen die ganze Zeit. Zumindest hat es jetzt nicht geregnet, oder regnet es nicht mehr, oder regnet es immer noch? Geht keine Ahnung. Oh, ey. Ich flippe aus. Ich bin übrigens schon wieder auf dem... Scheiße. Ich bin wieder auf dem Friedhof. Oh, Mama! Alter, kommt her. Ich mach euch klein. Ich hab jetzt ne Knarre am Stab. Ich mach euch hier richtig fertig. Wohl mir irgendwie lieber wäre, wenn ich ein paar mehr Granaten hätte. Ja! Gut! Oh, da! Nö, nö, nö! Alter, der war jetzt richtig aggressiv. Da war aber noch einer. Aha! Ihr legt euch mit mir nicht an, ihr Assis. So, machen wir jetzt alle. Scheiße, ohne das Adam Cole. Baby, bist du wirklich aufgeschmissen hier in dem Dreckspiel? Ich hoffe, ich kriege das jetzt bald wieder hier. Ey, ist da! Ich feiere hier auf unsichtbare Gegner. Ich bin froh, dass hier auch was passiert. Äh, da muss ich auch. Oh, hier ist ein anderes Auto. Grüße dich. Irgendwer hat seine Karre hier stehen lassen. Unverantwortlich. Einfach mitten in der Wildnis seine Karre stehen lassen. Also, sowas wird es bei mir nicht geben. Oh, au! Alter. Gib Gummis, gib Gummis, gib Gummis. Danke, danke, danke. Da ist auch noch einer. Ja, nö? Auch schön. Funktioniert gut. Wir sind auf dem Discord. Okay. Er quält sich wie wieder die 100 Grad Steigerung nach oben. Also quasi auf dem Kopf fahrend. Schon fast. Was zerstört Truck? Hä, wieso geht denn der Truck kaputt? Wieso geht denn der Truck kaputt? Nein, dann bereitet euch mal gleich auf eine kleine Explosionsführung. auch noch grüße. Ohne Grüße. Werden meinen Pokémon halt da noch nicht stark. Egal, entwickle ich ein paar. Müssen mich hier entwickeln. Die bleiben alle klein und niedlich. Ochne, alter. Guck dir das an. Alter, es ist zu glatt. Die Karre fährt nicht richtig. Guck dir das an. Hälfte der Zeit ist um. Ja, ja, stress mich nicht. Nur weil deine Frau schwanger ist und fast stirbt. Ich habe hier mit dem Berg zu kämpfen. Aber der Berg kann mich nicht in die Knie zwingen. Oh mein, nicht stehen bleiben, nicht stehen bleiben. Guck dir das an, alter. Er fährt einfach mal eine... Das ist schon... Alter, das ist schon 80 Grad Steigerung, was wir hier machen. Da ist er doch, oder? Ja. Da wäre es mal mit Schneeketten im richtigen Winterreifen. Ich glaube nicht, dass es die hier gibt. Frecherweise. So. Angekommen. Easy. Ich muss mir jetzt nochmal ein paar Blutgranaten hier besorgen. So. Erledigt. Wäre es ja fast so schlimm wie in echt, aber nur fast. Lernt man sowas in der Fahrschule? Sowas lernt man nur auf der Straße. Klasse. Freut euch mal, wenn ich Need for Speed spiele. Dann wird es wieder Chaos. Danke. Sie kann kaum noch. Hättest du länger... Ich war bei VW live in Regensburg. War gut, oder was? Das war's. Das war's. Aha. Schließ uns an. Wir treten den UC-Arbeiten. Besser ist es auch. Auf geht's. Need for Speed und Martin, gute Fahrs geht's. Ey. Okay. Nicht das erste Need for Speed für sich Stream, ne? Findest du die Entwicklung in den letzten Wochen von Raw und Smackdown in NXT? Sehr gut. Allerdings weiß ich, dass nach Survival Series das Ganze wieder extrem abnehmen wird. Und das ist wieder scheiße. Aktuell ist es echt geil, aber... Das wird es leider nicht bleiben. Oh. Stiefel Level 3. Krafthandschuhe. Geil. War fast ausverkauft. Okay, cool. Aktiviere das Terminal von hier aus. Einen Augenblick bitte. Alles wird wieder gut. Mit diesem Gerät kann ich sie untersuchen, als wäre ich vor Ort. Die Manipulatoren am Terminal kopieren meine Bewegungen hier exakt. Und mit dem Bio-Drucker kann ich Impfstoff nach Mars herstellen. Schade, dass meine Frau nicht mehr von diesen Geräten bauen konnte. Mehr als die hier haben wir nicht. Aber keine Sorge. Wir werden alles tun, damit euer Kind sicher auf die Welt kommt. Oh. Dankeschön. Oh. Das ist... Das ist unglaublich. Du solltest ihm danken. Das Netzwerk, bei dessen Aufbau erhilft, wird die Medizin für immer verändern. Gut. Kann mir Raw seit der Lächel die Scheiße nicht mehr geben. Was uns praktisch einen ernstlichen Hausbesuch organisiert. Naja. Besten Dank. Da ich jetzt eine exaktliche Medizin mit ummischt. Ja. Ist gut. Bald wieder im Einsatz. Auf das Kleine ist echt verlassen. Findest du den neuen Look vom University? Scheiße. Weil ich mir jetzt die Kacke noch mal kaufen muss. Ein neuer Auftrag vom Bergsteiger für dich. Ähm. So. Ausrüstung herstellen. Dann nehmen wir erstmal die Stiefels mit. Und die Krathandschuhe. Was bringt mir die? Versprich mir nur, dass du damit niemanden schlägst, okay? Dafür sind sie nicht gedacht. Aber funktionieren wahrscheinlich auch sehr gut. Danke für diesen kleinen Tipp. Blutgranate. Nehmen wir mal ein paar mit. Ja, das muss ich auch lohnen. Ja, wegen der Blutschmeißerei. Dann nehmen wir mal ein paar Blutbeutel mit. So. Das kann hier bleiben. Dass ich das nicht automatisch ablöse. Handschuhe anziehen. Nice. So, diese ganze Scheiße kann ich doch in die Granatentasche stecken. Das sind wir nicht automatisch geht. Das regt mich auf. Das ist so lange im Scheißmenü beschäftigt. Man packt die Sachen von A nach B. Aufträge annehmen. Fotografin. Hat er dies Jahr wieder ganz woanders. Ich denke, dass Team Punk in die Mainshows nochmal kommt. Und ja, aber nicht demnächst. So. Die ziehen wir auch erstmal an. Können wir die anderen nämlich wegschmeißen. Warum und die jetzt sind. Hier. Abladen. Geländesgeländ. Habe ich jetzt zweimal oder was? Ja. Braucht doch keiner. Abladen. Mute. Maria. Maria. Vater. Von Lanas Kind. Ja. Maria ist wahrscheinlich. So ungefähr wird es. Wird es wahrscheinlich kommen. Leider ist es ein bisschen zu realistisch. Deswegen. Ashley ist die Mutter von Lanas. Von Lana. Von Lana. Und von ihrem Baby nicht. Guck mal. Hier hat doch einer auch so ein Ding gebaut. Aber ich kann doch nicht. Das ist ja das Problem. Ich kann mich von hier. Ja nicht hier hin zappen. Doch. Das müsste eigentlich gehen. Und dann kann ich. Da ist nur ein Schild. Von hier. Hier hin. Könnte auch passen. Von hier. Dann. Keine Ahnung hin. Schade. Das wäre cool. Wenn man sich schneller hin und her sein könnte. Aber so ganz ausgebaut ist das System hier leider noch nicht. Na wir gucken mal hin und fahren erstmal los. Dann können wir auch immer noch mal gucken, was los ist. Wo man am besten hin kann. Mal. Stopp mal. Boah. Ich sitze hier 1000 Wegpunkte. Och man ey. Nur weil die Kackkarre hier rollt. so. Danke fürs Aufladen. So. Danke fürs Aufladen. Ausdauer wiederhergestellt. Brauche ich die Ausdauer wiederherstellen. Ich muss. Oh. Was bringt denn diese Brücke hier? Warte mal. Dann kann ich jetzt besser meinen ganzen Punkt hier anwählen. So. Weg damit. Weg damit. Das brauchen wir. Auf jetzt. Wolltest nur blaues Leder. Ich dachte du wolltest nur blaues Leder holen. Ja. Das wäre ja auch einfach gewesen. Das Problem ist aber. Der. Schwarze Strich vom Universal Titel. Also beim WE Logo. Ist beim neuen. Titel rot. Und. Entweder. Muss ich eine Lösung finden. Wie ich. Diesen Strich noch ersetze. Was ich wahrscheinlich nicht hinkriege. Oder ich muss mir wirklich. Wieder einen komplett neuen. Universititel kaufen. Den komplett. Restone lassen. Nur wegen diesem schwarzen Strich. Könnte man auch sagen. Ja man. Scheiß doch. Auf den Strich. Aber da sag ich euch. Nein. Das geht nicht. Jeder Strich ist wichtig. Schwarz anmalen. Rot anmalen. Wenn denn. Der Strich ist ja rot. Äh. Der ist ja schwarz. Aber der muss ja rot werden. Und das ist ja so ein. So ein. Akrylglas. Ähnliches. Zeug. Ich komme wahrscheinlich nicht drum rum. Äh. Mir nochmal. Äh. Den Deal zu kaufen. Und den nochmal zu restonen. Wenn du nur eine klebende Folie drauf machst. Rote. Rote Folie? Könnte klappen. Boah. Was ist denn jetzt wieder? Aber. Wo kriege ich so eine klebende. Wie bei Autos quasi. Aber einfach eine rote Autofolie quasi. Ah. Wo ich die ja kriege. Wir haben ja. Bei uns in dem Fitnessstudio. Ist das so ein Autofolierer. Der müsste das ja eigentlich. Hat doch Autopliebungen gemacht. Ah. Aber das ist ja nur. Ich brauche ja so wenig. Ich brauche ja wirklich bloß ein paar Millimeter eigentlich. Oh oh. Oh oh oh. Hier sind es ja die Jungs. Vorsehen. Schnell weg. Ich kann hier nochmal schnell meinen Akku laden. Wow. Wow. Komm mal. Wow. Scheiße. Und lass mal alles liegen. Na klar. Meine ganzen Blutgranaten und so. Alles liegt jetzt da oder was? Oh ne. Oh ne. 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 Oh nicht schon wieder. Das ist doch nicht wahr. Oh. So spart man 600 Euro. Oh ne. Oh ne. Jetzt werde ich hier wieder sonst wohin gefahren. Das ist wieder so ein Scheißvieh. Mann ey. Mann ey. Komm jetzt hierher. So ne Scheiße. Ja. Der wirft einer mir einen Sturmgewehr zu. Ist auch schön. Hier. Schieß die in den Arsch Junge. Der Sound, Alter. Von meinen Blutkapseln. Danke. Ja. Blut. Blut. Ja. Oh shit. Aua. Aua. Oh ich bin komplett tot. Ach. Das ist ja auch interessant. Bin ich hier komplett am Arsch. Hallo. Guckuck. Alles gut und schön. Aber. Das ist das Vieh. Blutbeutel. Ähm. Ableh. Ah ne. Warte. Blutbeutel. Da. So. Was hier. Ist was hier. Allee. Das ist ja auch. Ist auch ein Blutbeutel. Höchst noch. Dann. Warte. Wo ist das Viech? Das ist doch gleich down. Komm. Ah! Ah ja. Kein Problem. Ich sag Figgi, sie sollen mir ein Stück Rot mitbringen. Aber es muss wirklich richtig gutes, geiles Rot sein. Schön, schönes Rot. Wie beim WWE-Logo. Wie mein Overlay-Rund. So ein Rot hätte ich gern. Aber 500 Euro auch nicht gespart, weil ich muss ja trotzdem immer noch dann die Dings holen. Das ist blaue Leder. Das wird die Freundin freuen, wenn du noch einen Titel bestellst. Na eben. Die ging zum... Neue Handtasche. Am besten gleich mit. Aber ist doch denn eh die falsche? Du hörst mir nie zu. Du kannst es doch nur... Mit Frauen kannst du es doch nur falsch machen. Kann man beim Championship neue Steine einsetzen? Das kann man nicht wo machen, sondern das muss man selbst machen. Wenn man das kann. Allerdings kann ich das nicht. Also habe ich halt einen Typen gefunden. Also halt so ein Typ, der macht das halt so aus Spaß in seiner Freizeit. Und der hat mir das gemacht. Für 300 Euro. Funko Pop erscheint einfach am 8. und 9. März. Gemessen daran, wie man Bray Wyatt in der Vergangenheit umgegangen ist. Und in dieser Zeitung schon gar nicht mehr so... Ja, das schwimmt natürlich auch. Bis dahin hat Roman Reigns ihn schon längst besiegt. In einem Squash Match. Ja, genau. Kennt ihr das, wenn man so leute niest, dass man für die ganze Welt voll niest? Ähm... Nein? Ich niese immer... Ich mache eigentlich ein richtig ungesundes Niesen. Ähm... Und zwar halte ich mir immer die Nase zu. Und das soll man ja eigentlich nicht machen. Weil ja dann irgendwelche Adern platzen können. Oder was weiß ich. Das Jungfernhäutchen kann reißen. Ähm... Aber so produziere ich auf jeden Fall keine Rötz durch die Gegend. Weil ich... hier diesen Scheißberg... wieder runterrutsche. Okay. Weil ich quasi die ganze Zeit immer nur... meine Nase zuhalte für den Rotz. Und dann die ganze Energie durch meinen Mund rausspucke. Alter, du kannst es vergessen. Die Karre kommt dir nicht hoch! Geht euch zu Fuß, ey. Jetzt dreht die sich wieder runter. Oh, leck mich doch einfach! Nee, ist doch nicht wahr. Boah, Alter, hier! 80 Grad Steigerung ist da! So, jetzt ja! Mach einen Lieren-Niesen. Stimmt, das waren ca. 200 Euro, hast du gesagt. 300 Euro. Aber dafür hat er denn halt einen viel höheren Wert. Wenn ich jetzt meinen University-Titel für... mit gerestoneten Dingern und so verkaufe, dann kann ich dafür ein 2-Z verlangen. So, dann haben die so unterdrücken. Haben die Menschen schon die Wirbelsäule in den Becken gerammt. Nicht so cool. Was ist los? Was haben die gemacht? Aber ich unterdrücke ja nicht... Ich mache ja nicht... Das machen auch viele. Sondern ich mache... Ich halte mir die Nase zu, damit kein Rotz rauskommt. Und dann mache ich die ganze Luft... aus meinem Mund raus. Also, die angestaute Wut quasi. Die kommt schon raus, aber nicht durch die Nase, sondern durch den Mund. Und damit ich nicht alles voll rotze, halte ich mir die Nase zu. Das ist voll der gute Trick. Aber meistens ist ja das Problem daran... Du hast ja... Es gibt ja einen Grund, warum du niest. Weil du ja irgendwas in der Nase hast. Wenn du aber diesen Trick machst, hast du das ja immer noch an der Nase. Das heißt, du niest danach nochmal. Und danach nochmal. Und danach nochmal. Und irgendwann hat der Körper auch keinen Bock mehr. Guter Zustand. Ich habe alles im Auto erledigt. Schließe mich an das... Könntest du vielleicht die Kamera meines Vaters für mich finden? Ach. Aber fliegt denn nicht die Rotze durch den Mund? Nein. Das ist doch schon in der Nase, die Rotze. Ist doch nicht im Mund. Aber die könntest du dir denn aus der Nase in den Mund ziehen, wenn du Spaß danach hast. Und vor kurzem habe ich etwas gefunden. Etwas Erstaunliches. Erstaunlich. Das ist doch so, dass mein Vater genau danach gesucht hatte. Auch wenn ich selbst die Verbindung zum gespranneten Tod nicht sehen konnte. Ich brauchte eine Expertenmeinung. Jemanden, der sich meinen Fund anhält und ihn mir erklären konnte. Also habe ich meine Entdeckungen mit der Kamera meines Vaters dokumentiert. Ich habe alle Einzelheiten fotografiert. Doch auf dem Rückweg traf ich auf eine Gruppe bewaffneter Männer und geriet in Panik. Ich habe alles fallen gelassen und bin einfach nur gerannt. Zum Glück haben sie mich nicht bemerkt. Aber nach der Flucht war die Kamera mit der Box und allem weg. Seitdem versuche ich den Mut aufzubringen, nach ihr zu suchen. Aber dann fiel mir ein, dass das Prachtetikett noch an der Box klebt. Und ich dachte mir, dass du sie vielleicht orten könntest. Schließlich arbeitest du ja bei Bridges und so. Bitte, ich würde alles für diese Kamera geben. Alles? Ich stelle den Auftrag ein. Ich hoffe, du verstehst, wie wichtig mir diese Kamera ist. Bis ich sie in Sicherheit weiß, kann ich an nichts anderes denken. Du kannst dieses Terminal benutzen, als du sofort loslegen willst. Klar. Hier. Ach, wenn ich selbst ginge, würde ich das hier mitnehmen. Tu dir keinen Zwang an. Gute Nacht. Neuer Auftrag verpätbar. Nicht tödliches Sturmgewehr. Wurde sie mitnehmen. Auch gerade Blutbeutel, Brustpanzer. Ich kann hier den Brustpanzer nicht anziehen. Die anderen Dinge habe ich eigentlich auch. Sturmgewehr, Stufe 3 ist leer. Ich verstehe nicht, warum ich den Brustpanzer nicht tragen kann. Oder noch einmal. Ich kann ihn vielleicht jetzt anziehen. Nö. Komisch. So, wo ist das jetzt? Oh, Mann. Glück gehabt, ein Auto. Guck mal, wie dreckig die Karre ist, ey. Das werden doch wahrscheinlich so ne komischen Typen sein, die ich alle umbringen muss. Die dann noch den Kram haben. Das werden doch jetzt nicht richtig nette Leute sein, die mir jetzt die Kamera da geben werden. Kann ich da mal wieder von ausgehen. Naja. Ich könnte ja wieder versuchen, mich reinzuschleichen, aber ich bin ja so auf Krawall aus. Sam, hast du unsere fehlende Frachen gefunden? Hm. Offenbar trägt sie jemand um Pferde. Klonk. Klonk. Ey. Boah, der Wendekreis ist zu groß. Dann so. Oh, da kommen noch andere. Ey. Scheiße. Gut, jetzt Krawall angesagt. So, warte. Maschinen. Standard googeln. Jetzt geht's ab. Sam, du musst dich wohl um meine Leiche kümmern. Egal wie's passiert ist, du kannst es nicht ignorieren. Achso, ich sollte die... ...gar nicht töten, ne? Das ist recht sauberm ab. Oh, fuck. Liegengelassene Leiten nekrotisieren irgendwann und bringen ein GD hervor. Ja, naja, soll man sich nicht so haben, wa? Oh, nicht so schlimm. Du musst sie entsorgen, bevor das passiert. Ähm. Ich muss hier erst mal Blut nehmen. Oh, Doppelkill. Bam. Scheiße. Boah, da ist natürlich bitter. Ein Doppelkill. Ich flipp aus. Weiter gegen Tilevail 2 bei NXT Blackpool 2. Weil, ich hab auch schon gesehen, dass, äh, festgelegt wurde. Und NXT Takeover Blackpool wird dieses Mal an einem Sonntag stattfinden. Bin wieder da. Wo ist meine ganze Fracht? Meine ganze Fracht weg. Ja, kurz erst mal. Ach, die wurden ja alle gestohlen. Gestohlen, das liegt da alles. Die Stohlen am Arsch. Äh. So. Noch was. So, in Leichensack legen. Und den Leichensack. Also, wenn ich jemanden umbrede, ne? Dann muss ich die in Leichensäcke packen. Diese Leichen muss ich dann verbrennen. Und die Verbrennenstation ist wahrscheinlich irgendwo komplett. Ganz woanders. Hm. Können ich die Leichen auf das Ding packen? Leichensack. Aufs Fahrzeug. Können wir hier alle aufs Fahrzeug packen? Leichen Sack. Äh, warte, warte, warte. Und nur ein wenig hier. Aus Fahrzeug. Aus Fahrzeug. Und. Den hier. Aus Fahrzeug. Und dann zünde ich einfach das Ganze, den ganzen Truck an. Ist doch viel leichter. Da. Alter. Das geht auch. Man muss nur ein bisschen erfinderisch sein. Und jetzt zünde ich die Karre an, oder? Ist doch viel besser. Ausgerüstet. Ja, das ist doch in Ordnung. So, jetzt muss ich nochmal gucken. Die Polakern brauchen wir. So, Jungs. Ich hoffe, ihr seid bereit für einen Trip. Für einen Tripper. Warum sprengt das Ding einfach? Reinox. Wünschen wir eine neue. Ich mache es halt einfach nur mal. So, hier würden wir noch einmal überfahren. Oh, shit. Die sind aber auch flink, die Leute. Und rückwärts kriegst du die Leute nicht überfahren, ey. Das ist doch voll scheiße. Vorwärts. Hier. Zack. Kein Ding. So, warte. Gun ist da. Hier. Zack. Nummer eins. Der nächste, bitte. Wo seid ihr? Da ist einer. Flonk. Oh, kacke. Scheiße. Komm hier vorbei, Junge. Na bitte. So. Und da haben wir noch einen. Der hat zufällig auch die Kamera dabei. Überbrauchen. Und zack. Erledigt. Herr mit dem Scheiß. So. Schockbombe. Regierung. Gucken wir mal, was wir noch so schönes haben. Soll ich mich fallen lassen hier? Ey, 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 mein Freund. Du, Fore. Glaubst wohl. Da kommen schon wieder neue. Oh, hier ist ja auch noch einer. Zack. So. Und dann nehmen wir uns die Karre. Und abhauen. Ich weiß. Ich weiß, sie ist nicht mehr so ganz so gut in Schuss. Aber ich hoffe, sie hält noch durch. Und den Fahnenarten. Bam. Einfach aus Spaß. Das war's. Ah. Das war gut. Und jetzt muss man da wieder hin. Und dann erstmal die Karre auf. Verschreckst du, wie viele Streams du noch brauchst bis zum Ende? Äh, vier. Hey, I'm a hunter. 29 Monate reset. Äh, so viel von dir in der letzten Zeit. Ob das auf Dauer so gesund ist? Ich glaube nicht. Ich glaube ja nicht. Für euch ist es auf jeden Fall nicht gesinnt. Aber, ähm, ja. Ihr bezahlt ja auch einen Haufen Geld dafür. Also, jeder Einzelne nur ein Fünfer. Aber in der Masse passt es. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier... Ich fahre erstmal außen rum. Mal gucken, was da geht. Hast dein Pikachu reingerannt. Du sollst nicht auf Air streamen. Auf Air spielen. Zehner. Ja, gut, das stimmt. Also Stufe 2 Sub muss schon drin sein. Also, das stimmt schon. Also, einfach mal oben auf, äh, Verschenker ein Abo klicken. Und dann mal schön das eigene Sub erst mal auf Stufe 2 erhöhen. Mindestens das. Das ist schon korrekt. So. Kommt zu eurer Kanalmitgliedschaft oder gar nichts. Nox! Das hat einer schon gemacht. Also, von daher. Ja. Ich mache auch nichts Spielwichtiges. Ich sage nur Shiny. Fritzel. Blitz. Ich weiß nicht mal, was das ist, das fünfte. Sind da denn noch alte Pokémon drin? Wie so ein Rentner will ich auch kennen? Für die 50 Euro will ich ja mindestens Sextape von dir als Gegenwart. Sowieso. Aber Nox, bist du 50 Euro Kanalmitglied? Hast du auch eine 50 Euro Kanalmitgliedschaft abgeschlossen? War noch nur einer so krank? Ne, ich habe einen. Aber generell ist meine auch schon wieder runtergegangen. Also irgendwie, es werden nicht mehr als diese 222. Bin noch nicht reich. Dann wird es mal Zeit, dass du mal reich wirst. Können die nicht alle mal irgendwie reich sein? Und dem Lotto gewinnen oder so? Und mir die Hälfte abgeben? Nein, das ist cool. Es war die Idee meines Autos geholfen. Aber ein bisschen mehr anstrengen könnt ihr euch schon. Ja, das gilt für Spotify Premium Kappa. Naja, gut. Das ist ein bisschen Werbung, was heißt. Generation 3 und entwickelt sich zu meinem Lieblings-Elektro-Pokémon. Das entwickelt sich zu Pikachu? Ein anderes gibt es echt. Spiel ja schon, Lotto. Echt? Boah, lass es lieber. Donate lieber mir, Nicole, da hast du mehr von. Kein Joke. Gestern wurden unsere zwei Hausarbeiten beöffentlicht, die 40% von unserer nächsten Klausur ausmachen. Die eine handelt einfach mal von Pokémon Go. Das ist kein schlechtes Thema, glaube ich. Schrotflinte. Nicht tödliche Schrotflinte. Yes. Die Mutti! Die Mutti ist mit am Stand. Aha. Wenn ich im Lotto gewinne, gebe ich dir einfach was ab und Backstage wie alle Lieder wie die E-Pässe auf Lebenszeit. Ist ein Deal. Die Künstler waren wahrscheinlich auf dem Kontinent umherziehende Neanderthaler oder andere Urmenschen. Sehst du diese Delfinartigen Wesen? Zur damaligen Zeit lag die Höhle noch weiter von der Künstlerin entfernt als heute. Wie konnten die Künstler also Delfins begegnen? Antwort. Das konnten sie nicht. Ich bin davon überzeugt, dass sie nicht Delfin, sondern gestrandeten Dingen begegnet sind. Und das würde bedeuten, dass der gestrandete Ton nicht das erste Phänomen seiner Art ist. Das ist schon mal passiert. Auf unserem Verwesen sind schon unzählige Arten aufgestaut. Von Bakterien füllen so die nun auf. Forscher nennen die größten, bekannten Massen Aussterben die größten sind. Aber natürlich gab es wieder weitere Aussterbeereignisse, wenn auch in kleineren Maßstab. Was, wenn die Künstler so ein Ereignis dokumentieren wollen? Ihr eigenes Aussterben. Das wäre das erste Zeugnis eines gestrandeten Todes in der Geschichte. Und es würde auch meine andere Theorie stützen. Je eher du mich mit dem Netzwerk verbindest, desto eher will ich mir. Stell dir nur vor, welche Geheimnisse in den Enten können. Ich warte auf den Zern. Tolle Neuigkeiten, Zern. Die Vitalfunktionen von CD28 sind fast im optimalen Betriebsbereich. Kurz vor meinem Anruf hat es die Augen geöffnet. Cool. Jetzt blickte es sich um, als würde es jemanden suchen. Und dann trafen sich unsere Wege. Für einen Moment, glaube ich. Ich sag dir, es hätte mich fast so weit gebracht, das kleine Selbst zu behalten. Egal. Ich muss noch einiges prüfen und eventuell Anpassungen vornehmen. Aber die lokalen Chiralenschwankungen könnten Probleme bereiten. Könntest du vielleicht noch einen Ort in den Netzwerken geben? Sobald du das getan hast und ich bestätigen konnte, dass das BIP zuverlässig funktioniert, gebe ich es wieder in deine Obhut. Das ist der letzte Schritt. Versprochen. An der Hand der Mutter weißt du, wie mal etwa deine Freundin aussieht. Ach, da habe ich schon viele Frauen getroffen. Dann passte das eigentlich nicht so gut. Also da war das teilweise nicht mal die gleiche Form. Oh, nee. Grüß dich. so liefern verloren gefragt auch noch so das game innerhalb eines monats so viele millionen user hatte und warum jetzt zwei jahre normal sein später kaum noch einer zockt noch das stimmt nicht pokémon go ist immer noch übel krass das zocken immer noch richtig viele gemeine stadt das ist ganz schön schön wie man es nimmt muss ich wieder dahin warte mal ich sehe gerade das könnte von diesen dingern dieses mal reichen probier das mal werden schon langsam hier ungeduldig die leichen die ich ja aber im start oder warte 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 und zwar gehe ich jetzt da hin und zwar gehe ich jetzt da hin ja aber weil das ist Na geil. Wer auch immer das Teil hierher hingebaut hat, wird ein bisschen verpeilt, dass das ja irgendwo anders auch noch sein muss. Das heißt, von hier, hier hin, das ist zu weit weg, 533 Meter. Das heißt, auf der Hälfte baue ich einfach eins. Das wäre hier. Also, nehme ich mir jetzt mein Auto, fahre zu dem Punkt, baue selbst so einen komischen Hort. Und dann? Müsste das klappen? Ich steige lieber aus diesem Auto aus. Es kann sein, dass ich die nämlich mitgebracht habe, die jetzt hier gerade das Problem sind. Nee, Leichensäcke. Nee, da ist alles gut. Okay, warte. So. Also, da können wir ja noch. Da kommt wieder WWE. Was? Achso. Ähm. Am Samstag. Hier. Keine Ahnung. Die Seilrutsche dürfte doch gar nicht funktionieren. Wenn die sich nicht sieht, oder? Wenn da irgendwelche Berge im Weg sind, dann wird das doch nicht funktionieren. Und da ist eine. Ähm. Und seit ich einen Pokestop von meiner Tür habe, ist es eh GG. Aber. Ich glaube, ich muss mal so eine. Also, bei mir ist halt immer das Problem mit Pokémon Go. Ich hatte halt nie Pokébälle. Und das heißt, egal wo ich hingegangen bin, ist zwar schön, da ist ein Radfratz. Aber ich konnte es mir eh nicht fangen, weil ich keine Pokébälle habe. Und das ging so aber die ganze Zeit. Und von daher war mein Pokémon Go Hype relativ schnell. Dahin. Moin Knockout. Spielt ihr auch PC? Nee, er nicht. Äh. Ich habe zu tolle Konsolen, dass ich, äh, auf dem PC spiele. Hier schon wieder keine Seilrutsche-Verbindung. Warum stellt er die denn erst hier hin? Wer baut denn hier sowas hin? Und warum fährt mein Auto rückwärts den Hang runter? Bleib hier. Boah, so Arschloch. Ey, 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 ey. Für stolze drei Tage bespielen. Mein bestes Pokémon war Flamara. Also ich habe, ich fand es auch ganz cool eigentlich so, aber mittlerweile spiele ich es auch nicht mehr. Zockst du erst hier vor und kommst dann ins Gym. Okay. Achso. Ja, genau. Äh, für NXT Takeover machen wir das so. Weil wir gucken von, äh, von unserer Wrestling-Schule. Gucken wir NXT Takeover alle, äh, mit dem Beamer zusammen. Und das heißt, dass ich erst am Samstag hier die Match-Card zocke. Und dann werde ich ins Gym fahren. Und wir machen keine Live-Reactions. Aber für Survivor Series machen wir wieder Live-Reactions. Public Viewing im Gym, ja. Autonome-Liefer-Bots mit Molotov-Cocktails. Das ist geil. Wie? Kann man das noch machen? Voll lustig. Komm ich schon wieder nicht hoch, ey. Äh. Musst du mich noch ein, damit ich die auch noch modden kann? Na, ne. Ich denke mal, dass du schon vorher mit Matze fährst oder so. Matze wird ja vorher auch da sein. Kannst du den auch von da modden Wir können ja den Auf dem Stream Auf dem Dings erstmal meinen Scheiß Stream laufen lassen Mit dem Gym Und dann guckt ihr erstmal meinen Kack Und dann könnt ihr Am besten noch mit Pizza und Bier Ja das ist ja das Problem Pizza ist halt nicht Weil wir halt einfach mal Keinen Keinen Pizzalieferanten haben Der noch in diese Uhrzeit Pizza bringt Das ist halt das Problem bei uns Das ist halt ein totes Städtchen Hast du dir im Spielen Radrode gebaut Oder warum sieht der so schlimm aus Eine Radrode? Die Karre ist top Die ist noch top in Schuss Die Karre nicht anzünden Wegen der Leichensäcke Ach noch geht's doch Noch läuft's Trinkst du eigentlich Alkohol-Modding? Soweit ich weiß Nur sehr wenig oder? Ja ja nur wenig Kommt auch erst spät wegen Arbeit Ja aber die kommen ja trotzdem Äh Um null Uhr oder so Sie taucht in die Geheimnisse des Kosmos ein Wie sie sagt Sonntagmorgen alle Frühstück beim Ermittlungs Genau Die Autos sind ja künstlich wurs Dann Achso Alle Der UCA-Beitritt hat mir die Augen geöffnet Zum Beispiel weiß ich jetzt Dass da draußen viele Leute versuchen Den gestrandeten Tod zu verstehen Klar Ihre Ideen mögen für mich völliger Wahnsinn sein Aber E bedeuten Sie offensichtlich etwas Deshalb möchte ich ihr gern helfen Also Mit deiner Unterstützung Am Terminal findest du einen offiziellen Auftrag Drei Whisky am Morgen Drei im Kummer und Sorgen Naja Das ist alles so nicht meins Das ist alles so nicht meins Das ist alles so nicht meins Okay Ich kann den ganzen Scheiß nicht tragen Ich kann den ganzen Scheiß nicht erinnern Genau Ich kann den ganzen Scheiß nicht erinnern Ich kann den ganzen Scheiß nicht erinnern ich den erst mal ab. So, reicht das jetzt schon? Ne. Lass es erst mal alles liegen. Langsam, aber sicher bewegt er sich zu uns nach Mountain Nod. Jedenfalls glaube ich das, aber ich sehe es nicht. Nicht mit bloßem Auge. Doch die Daten lügen nicht. Es ist das gleiche zeitliche Phänomen, das dich in ein Kriegsgebiet befördert hat. Oh, nee. Du hast mich erkannt, Sam. Ist eine Weile her. Aber eigentlich nicht. Malingen, Lockne. Wir sind eins. Ein Körper, ein Geist, ein Wesen. Es hat keinen Sinn, einen Unterschied zu machen. Nicht in dieser Welt. Wir sind alle verbunden. Vergiss das. Markei. 38 Monate Reserv. Dankeschön. So, jetzt habe ich hier den ganzen Scheiß liegen. Und der muss auch mal auf die Karre. Äh. Aufs Fahrzeug. Aufs Fahrzeug. Problem ist jetzt natürlich, die Karre ist ja wirklich ganz schön im Arsch. Aber jetzt bin ich auf die Karre angewiesen. Okay. So. Hola. Achso, warte mal. Hier Hand tragen. Nee, aber fast. So. Was mache ich jetzt mit den Leichensäcken? Weil es ist ja nicht so geil, wenn ich diese GDs hier mit mir mitfahre. Ich gehe mit den Schlepper. Äh. Wieso sehe ich ihn jetzt schon wieder nicht? Achso, da. Kann ich da schon wieder keinen Wegpunkt setzen? Leiche bitte umgehen zum Verbrennungsofen. Oh. Aber wie kann ich das... Wo ist ein Verbrennungsofen? Fangen wir mal damit an. Ist ja schön, dass ich jetzt hier ne... die Leichen hier habe. Den packen wir mal auf den Rücken und geh mal... und geh mal dahin. Oh, jetzt liegt hier mal ein ganzer Scheiß rum. Oh ne. Scheiße. Kann ich zufällig das hier machen? Turmel liefern, recyceln. Hm. Schade. Wäre natürlich cool, wenn ich jetzt hier irgendwas hätte recyceln können. Privater spinnt. Nee. Auch nicht gut. Das wäre... Einfach mal schön in den Privaten spinnt. Einfach mal die Leichen reinballern. Jo, passt schon. Mir ist irgendwie nicht so begeistert, dass ich die Leiche jetzt auch noch hier mitgenommen habe. Hm. Ich würde sagen... Gibt's hier irgendwo Verbrennungsofen? Kann man hier irgendwas machen? Ich lasse die jetzt einfach im Schnee liegen. So. Hier. Zack. Abladen. So. Keiner hier sehen. Hoffentlich schneid's ein. Mach mal jetzt hier mit dem Rest auch. Das schon. Soll man sich nicht so haben. Karte auf. Schau im Norden in der Nähe der zerstörten Fabrik. Im Norden. Störter Bunker. Aber da muss ich die ja so weit schleppen. Da habe ich gar keinen Bock drauf. Dann warte ich lieber bis es GDs sind und dann mache ich die dann kalt. So. So. Ups. Habe ich wohl meine Leiche hier mitten im Schnee entsorgt. Nehme ich jetzt dadurch ein schlechter Mensch? Vielleicht. schlecht. So. Und der Letzte noch. Zack. Hau rein Sascha. Locks mich auch in der Haie. So. Und dann lehnen wir hier ab. So hat keiner jemals zu sehen. Machst du auch mal eine Show in Österreich mit andermittet? Nein, werde ich nicht. Auf jeden Fall nicht geplant. Weil in Österreich gibt es auch Ligen. Ich will nicht, dass sie sauer sind, weil ich in leeren Gebieten rumtüdel. Außerdem, ich müsste halt ein paar Mal vorher hin, mir Hallen angucken und so weiter. Und warum soll ich nach Österreich fahren, die 5000 Kilometer, um mir denn eine Halle anzugucken, damit ich da veranstalten kann. Wenn ich auch einfach hier veranstalten kann, wo ich bin. Und wo ich die Hallen kenne. Das halte man nicht so einfach. Wenn ich jetzt schon überall Hallen hätte und überall Leute, wo die sich um Werbung kümmern, um die ganze Organisation und so weiter. Denn wäre das alles kein Problem, so wie die WXW sich das nach und nach ausgebaut hat. Aber, wenn du das nicht hast, brauchst du nicht. Kann ich ja nichts machen, um meinen Sch... Ne, gerade ob ich mich nicht jetzt mit diesen Teilen dahin zappen kann. Ich probiere das mal. Ich kann ja nicht alles tragen, aber ich könnte ja erstmal alles im Auto lassen. Und dann mache ich das nach und nach, oder? Oder warte. Mit privaten Spind. So, wenn ich das jetzt hier... Also, wenn ich das jetzt hier auf den Rücken packe. Und das hier auch auf den Rücken. Und das hier auch auf den Rücken. Und das hier in die Hand. Ja, rachter. So. Wenn ich jetzt hier dran hänge. Die Frage, ob ich das, was ich hier in der Hand habe. Ja, das bleibt stehen. Ist schon mal scheiße. So, das heißt... Packe jetzt... Den Scheiß... Auf meinen... In meinem privaten Spind. So, das hier... In dem privaten Spind legen. Das hier... In dem privaten Spind. Das können wir auch noch mal mitnehmen. Und wo hier ist eine leer und eine voll. Also weg damit. Antigideanfeuer war für die kann generell wäsch. Fort. So. Und dann kommt... Das hier... Auf den Rücken. Und dann passt das. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich mich da hinbiegen kann. Was sind die Planen für die eigene Halle gewonnen? Der ist immer noch da, der Plan, aber... Der ist sehr, sehr schwierig umzusetzen. Und es liegt nicht am Geld, sondern an der Organisation. Hast du die Handynummer vom Walter? Nee, aber von ihr ja. Toll. Das ganze Scheiße... Bringt mir... Gar nix. Absolut nix. Bringt mir das. Ich könnte jetzt da hingehen und... Da noch selbst so ein Teil hinstellen. Aber dann kann ich auch versuchen, wieder mit dem Auto zu fahren. Ach man, das war schon wieder komplett. Gut. Alles umsonst. Aber ich kenne Walter. Wenn ich den anschreibe, dann antwortet er mir. Na gut, dann fahren wir halt Marke. Achso, hab ich schon gesagt. 38 Monate. Das ist schon krass unterwegs. stepping. Und dann können wir da... Nicht gut. Und das war's. Hoppala. Oh oh. Eins fehlt noch. Ist gut, oder? Hä, hab ich jetzt alle? Hä, wo ist jetzt mein Auto? Hä, Moment. Nee, alles da. Okay. Dann muss es halt so weitergehen. Also, da lang. Kannst du Alexander hochsprivat? Ja. Ich muss auch die Leichen drin lassen können. Aber ich weiß nicht, ob das geklappt hätte. Mein Plan. Also, ich kenne alle deutschen Wrestler privat. Privat persönlich. Stimmt gar nicht. Na, Fabian Aigner ist... Zähle ich jetzt auch als deutsch. Den kenne ich nicht privat. Der war noch kurz vor mir. Versuch wäre es wert. Ja, wäre es auch. Aber jetzt zu spät. Ich habe ja eigentlich gehofft, dass ich die Karre noch nehmen kann. Dass die noch gut ist. Aber, dass die so einen kleinen Sturz mal nicht abkann, das ist natürlich wieder frech. Ah, jetzt kommt hier ein übelster Schneesturm, ey. Na toll. Das ist ja hier perfekt, ey. Ich hätte doch durch die Minen von Moria gehen sollen. Ups. Scheiße, die sind noch höher. Fahrzeug geschottet, kommt doch 117. Naja, also ungefähr, kann man sagen, ja. So, wo muss ich hin? Da muss ich hin. So, jetzt trinken wir nochmal schnell ein Monster Energy. Und dann geht das weiter. Über das Schnee. Ich stöber hier. Ich stöber hier. Ich stöber hier. Und dann geht das Schnee. So, ich stöber hier. Aber er geht gut über Stock und Stein, ey. Er zieht kräftig durch. Hüte dich vor dem Whiteout. Ähm, das ist wahrscheinlich das, wo ich jetzt gerade komplett drin hänge. Okay, wo ist denn jetzt mein scheiß Siel? Ich kann jetzt eigene Markierungen hier wegmachen. Ah, da ist es. Da, kannst du es sehen? Kannst du einen WWE Hall of Hame abhören? Persönlich. Ich glaube nicht. Ich weiß nicht. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Einfache Nummer. Lesnar in ein paar Sekunden. Bray Wyatt in ein paar Sekunden. Ansonsten gewinnt schön Team Raw. Wie immer. Eigentlich wegen dem Fox-Deal könnte man Smackdown sagen, aber ich glaube, Raw wird trotzdem gewinnen. Aus Gewohnheit. So, was kann ich jetzt hier am besten machen? Kann ich ja eigentlich nur so ein Häuschen bauen oder so? Keine schirale Netzabdeckung. Toll. Und dann wieder in. Vielen Dank. Ich sag Smackdown war Geld. Ich sag Raw. Vincent wird das nicht aushalten können, dass Smackdown eine bessere Einschaltquote hat als Raw. Ich sag das nicht aushalten. 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 Hier gehst du ewig durch den weißen Bildschirm, auf einmal kommen so ein paar Felsen. Zumindest ein bisschen was zu sehen hier. Aber... Ist doch alles immer noch nicht... Noch nicht gut. Ich sag das nicht aushalten. Das er hier kein Gleichgewicht hat. So, erstmal Monster Energy trinken. So, ich könnte mir ja mal eins holen. Ich will mal schnell was zu trinken. Hol dich auch ein. So, ich würde da... Doch. Okay. So, danke. Ich habe gerade ganz was Feines im Kühlschrank. Und zwar Vitamalz, Freunde, ein schönes Vitamalz. Das ist auch immer noch eine Sache. Kleines Schläfchen, jetzt ist auch Fit Kaffeetyp, Grüße gehen raus. Als Champion, man steht hier im Sauerfeuer, das ist ja nicht einfach. Da muss man auch mal zwischendurch schlagen. Hast du auch noch zwei Flaschen für mich immer noch? Vitamalz? Warum hast du mir denn Vitamalz geholt? Was ist denn hier los? Was ist das denn für ein Beschlechungsversuch? Hab ich nicht. Hab ich? Verstehe ich nicht. Ich muss ja nachher wieder arbeiten. Urlaub ist vorbei. Scheiße. Das ist natürlich Kaka. Aber hilft ja alles nichts. So, Behälter beschädigt. So, jetzt haben wir nämlich die gleiche Sache. Das heißt, mitten auf dem Start unseres Weges wurde unser Behälter beschädigt. Und wenn ich zu unserem Ziel gehen möchte, schaffe ich es nicht. Wenn jetzt wirklich vorher meine Behälter hier schlapp machen, dann flippe ich wieder aus. Dann ist nämlich auch diese Mission wieder so, wie ich sie jetzt mache, nicht lösbar. Dann muss ich mir vorher so ein Dings machen. Los, Alter, ich bin noch gleich da. Ich bin jetzt nirgends runtergefallen oder sonst was. Komm, ey. Halt durch. Komm schon. Haltet durch. Waffen entdeckt. Waffen entdeckt. Alle Waffen sind während des Aufenthaltsfloppten. Waffen entdeckt. Halt durch. Oh, ich kann das hier auf�ennen. Tief es Birmingham. in darin darin da geschafft aber das war eine tortur seid ihr meine mama hat er doch welches gekauft als sie hier war und ich trinke das menschen du meinst du magst das so deine mutter hat das getrunken er stammt aus einer zeit vor dem menschheitsgeschichte ich werde ihn datieren und die ursache des gestrandeten todes aufdecken und wenn ich das tue ich damit alle geheimnisse des kosmos wusstest du dass dieser berg in grauer vorzeit eine pyramide war wirklich es gibt keinen ort der dem strand mehr ist als dieser der quelle eine quelle unermesslicher kraft was glaubst du denn wie dein chirales netzwerk funktioniert aber ich schweife ab zeig mir den handabdruck vielen dank danke dass du ihnen guten zustand her gebracht hast gutem zustand sehe ich noch mal genau sagen im ordnung verbinde mich mit dem chiralen netzwerk yes kümmer begreuen sie zwar bei bei wieder auch kümmer situations a bei bayer vida kümmer 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 Ach, guck mal, da ist noch ein Fleck, den wir wahrscheinlich auch noch holen müssen. Das ist aber nett. Jetzt kommt mal so ein Flugzeug. Was ist das denn für ein Scheiß? Wow. Ein Liebesknoten. Bis zum nächsten Mal, mein Freund. Hättest du gerne. Sam, es hat geklappt. Ja, komm. BB28 ist in bester Verfassung. Baby! BANG! Ich habe keine Hinweise auf Restbindungen oder Heimweh. Vielleicht wurde seine Erinnerung ja doch ausradiert. Du musst es nur noch anschließen und mit ihm rausgehen. Ich wollte es dir so schnell wie möglich zurückgeben, aber... Äh, ich will nicht. Ich meine, ich will schon, aber die Sache ist etwas komplizierter. Was? Wir haben ein Problem. Vielleicht hast du von der Superzelle gehört, die sich auf Mountain-Nord-City zu bewegt. Ich habe meine Anlage verlassen, um einige zusätzliche Feldtests an dem BB durchzuführen. Und jetzt komme ich nicht mehr zurück. Kennst du die Hütte am Berghang? Nordöstlich von Mountain-Nord-City. Jetzt müssen wir den holen, oder was? Oh, ne. Mit dem fetten Duty einfach mal durch den Weg schleppen. Neuer Auftrag verpöver. Informationen erhältst du an einem Lieferturm. Ausruhen. Äh, schlafen. Wenn Sam schläft, ist es vielleicht auch an der Zeit, für dich auch an der Zeit, eine Pause einzulegen. Finde ich ja cool. Äh, ich mach mich auch vermagert, hoffe, dass irgendwie viel passiert, wenn dieses Paket irgendein Dings abliefern muss oder woanders hin. Diese Spannung möchte ich nicht verpassen. Scopes, guck's dir einfach morgen nochmal an. Das wird schon. Ähm, so, jetzt wird dann mal ein ganzer Scheiß hier aufgeladen. Aber jetzt ist es noch erst 22.46 Uhr, was hauset ihr denn alle schon ab? So, wenn das jetzt aufgeladen ist, dann wache ich jetzt wieder auf. Ja, eben auch repent. Okay, weiter geht's. Kurz ein Powernap eingelegt hier. Gucken wir mal, ob wir hier vielleicht ein Auto kaufen können. Scheiße, kann man nicht. Oh, so ein Nassenschweber wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Ähm. Ja, wo ist denn, ja. Da. Abladen. Jetzt nehmen wir auch noch eine Leiter mit. Wir nehmen noch ein Reparaturspray mit. Wir nehmen noch Ne, da brauche ich so eine Verankerung. Vielleicht eine. Und dann. Pass ja schon. So, alles auf den Schwerbau drauf. So, jetzt habe ich den ganzen Scheiß an meinem Körper. Ich will das aber alles auf den Schwerbau draufballern. Das müssen wir nicht brauchen. Na, knarren sind vielleicht auch nicht so schlecht. Obwohl ein paar mehr Granaten brauche ich eigentlich so nah auch nicht. So, und ruf da. Erleidigt. Dann können wir die Aufträge, die nehme ich an. So, Schweber. Verfestigen. Zack. Und auf geht's. So, wo müssen wir jetzt hin? Da müssen wir hin. Ziel führt ja. Okay. Ach, das geht ja. So, hin. Einmal rüber. Da ist doch so ein Ding. Das kann ich... Nee, hier gibt es leider keinen. Oder auch nee. Schade. Hier ist doch ein privater Unterschlupf, oder? Schutzhütte. Privaten Raum betreten. Da kriege ich auch kein Auto dazu. Na, gut. Okay, geht auch ins Bett hier. Exit ins Bett. Willst du dir nicht ein Auto holen? Ja, nee, geht gar nicht. Also, ich hab's versucht, aber es will nicht. Flaran conditioniert das градolat. Lass uns um das nicht wieder anpassen. Genau. Wiß ich euch? Ja, du brauchst es mal. Wait, babe. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Ja, du bist. Ausdauer wieder hergestellt. Ausdauer wieder hergestellt. Alter, er ist ein richtiger Bergsteiger. Jetzt einfach nur das Ding bleibt dran. So, hier ein Dach. Alter, hier ist aber ganz schön noch Sturm am Start. Da braut sich ganz schön was zusammen, würde ich sagen. Und cool. Oh shit. Das war knapp. Da muss ich irgendwie sanft und sicher den Berg runter. Jetzt geht hier mein ganzes Scheiß-Kack-Ding kaputt. Warte, wie dieses Ding hier herhüpft. Es wird ungemütlich, Freunde. Wie eisig ist das Zimmer? Wahrscheinlich so eisig. Also die Hütte ist vielleicht nicht ganz so optimal. Wollen wir nicht lieber in den Unterschlupf gehen? Oh, Scheiße. Oh, nee. Oh, nee. Er fliegt, Junge. Spannend. Es ist einfach so schön. Und da ist das Ding, es ist ein Schwarz-Sitzschat. Ich habe wirklich ein Schwarz-Sitzschatz, aber auch so großartig. Ich habe das Ding mitgehalten, es ist ein Schwarz-Sitzschatz. Ich habe mich besucht und es ist es ein Schwarz-Sitzschatz. Es ist schwarz-Sitzschatz mit einem Schlagern. Und da war ich rats-Sitzschatz. Oh Gott, ich habe, oh we had some of you didn't need some tight things we all are Misa yeah Untertitelung des ZDF, 2020 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 Na dann versuchen wir hier schnell durchzukommen Hast du den Anführer der Soldaten gesehen? Na Ich glaube von dem hast du uns erzählt Der geborene Krieger, das Arschloch, das Jagd auf Bibi gemacht hat? Er muss unser Ticket nach Hause sein Keine Ahnung, das ist erst mein zweites Mal Und ohne Bibi wird es schweren zu finden Zum Glück habe ich dein Bibi bei mir Zum Glück habe ich dein Bibi bei mir, es erwartet dich in bester Verfassung Wo sollen wir uns treffen? Gibt es was Ungewöhnliches oder Einträgsames in deiner Nähe? Warte, bin in der Kanalisation Durch eine Öffnung kann ich einen eckigen Turm sehen, direkt über mir Alles klar Alles klar Oh 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 Was soll ich denn tun? Mich wehren? Wenn ich zwischen Bibi und mir wählen muss Also Ach Das wüsste nicht Ich beende das Gespräch Sam Ich hab kein leichtes Leben Keine Frau Keine Kinder Keine Freunde Und so suchte ich Trost Suchte die Gesellschaft Zu oft zu sabbern Ich muss dich holen Und zur Zeit verleibte ich sie mir ein Heute sind das 70% von mir Aber dich zu treffen Hat mir die Augen geöffnet Du bist was Besonderes, Sam Danke Oh Oh Damn Nochmal wieder einen auf Durchraschen Oh Alter Hier kam einfach mal so ein Panzer um die Ecke Der kann auch nicht richtig gucken Au Fällt immer mein Reparaturspray runter Alsbald A Lägen Such Ja Sind Das heißt, ich bin noch nicht, wo ich bin. Ich bin hier nicht in die Kanal-Situation. Das ist nicht gut geschlagen. Scheinwerfer-Modus. Achso. Ich hoffe, dass ich hier richtig bin. Äh. Jaaa. Das ist sicher, aber keine Ahnung. Okay. Alter, verlaufe ich mich jetzt hier komplett, oder? Ähm, ähm, ähm. Kam ich nicht von hier? Hä? Ich glaube, ich habe mich jetzt verlaufen. Ja. Da sind meine Fußspuren gewesen. Scheiße. Machen sie beim Nonat November mit. Ne, ne. Das ist hier ein Pumpkin, den er sowieso zerstört. Ah, hier. Ah. Sam. Sam. Hallo. Das Kleine sollte wieder funktionieren. Oh-oh. Oh-oh. Was ist jetzt? Was ist jetzt? Das ist ein besonderer Strand. Für im Kampf gefallene Soldaten. Vielleicht sollten wir schnellstens verschwenden. Ja. Und ich bin überrascht. Was ist jetzt November? Nicht Wichsen-Challenge? Wir hinten schwerfen. Niemals. Hah. Und? Wir haben noch Erinnerungen. Ach. Verstehe. Warte hier. Ich muss mich wohl um andere Erinnerungen kümmern. Ich erledige ihn. Dann kommen wir beide hier raus. Weißt du, Sam, ich beginne zu verstehen, warum Bibi dir so wichtig ist. Es ist nur ein Werkzeug. Sein Leben und Tod sollten nicht von Belang sein. Aber trotzdem haben wir eine Bindung aufgebaut, nicht wahr? Das ist mehr als ein Werkzeug. Das heißt Lou. Lou, hä? Schöner Name. Das heißt, I'm cold, baby. Ich bin ein Kilo-Mann und Baba. Es ist einfach immer noch Venom, Alter. Ach, weh, kalt. Geht jetzt auch für Frauen so Gleichberechtigung. Also, keine Ahnung was Gleichberechtigung sein soll. Gleichberechtigung heißt in der heutigen Zeit Frauen werden bevorzugt, aber ich glaube das geht auch für Frauen. So, na dann wollen wir mal Sturmgewehr Stufe 2. Hey, wenn wir halten die Schütze auch. Baby. 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 Ja, gut, das ging relativ fix, aber nicht so gut, aber naja, nur mal ein kurzer Test, das ist ja no. Das heißt schon mal, dass ich mit meinem komischen Gewehr hier auch mal nichts ausrichte. Also, das ist hier auf jeden Fall schon die bessere Variante. Sooo, was all that you... Ach, scheiße! Ey! Okay, das Ding ist leer. Ja. Kann ich das nicht wieder auffüllen? Ich versteh das nicht. Schmeiß mal eine Granate hin, Mann. Was ist nicht genug Blut? Oh fuck! Ähm... Und tot. Hm... Auch nicht so cool. Okay, ich glaube, ich bin mit meinen, äh... mit meinen Granaten besser dran. Vielleicht solltest du nicht immer mitten in der Schriftlinie stehen bleiben. Ja, das sind Anfängertipps. Also, da bin ich doch schon längst so weit weg. Das wär zu leicht. Wo ist mein Baby? Sind alle drauf manchmal so hardcore? Oh, hoppala. Okay, warte. Das kann weg. Das kann hin. So. Und jetzt den nächsten. Müsste den noch genauso schaden. Alles andere, oder nicht? Ah, okay. Brauchen mehr Blut. Blutbeutel da drüben. Ah, guck mal. Da sind es aber da die Jungs. Bei Kontakt, Kontakt. Komm, Sir. So. Okay. Nichts mehr. Ihr habt mich immer noch nicht gesehen, oder? Feuer hier die ganze Zeit anständig drauf. Ah, fuck. Ah, gut. Gut, gut, gut. Wo sie jetzt zwei Techniken verbunden haben. Was heißt das? Die zwei Techniken verbunden. Schießen und Blutdingsen und so. Wie Feuer. Ist der jetzt hier oben drüber, oder was? Hä, wo bin ich dumm, oder was? Oh. Verzeihung bitte. Da sind sie ja. 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 Ja, warte. Dieses Austauschen, ey. Das ist so nervig. Bam, Alter. Ah, ja. Granaten ist das neue, äh, und so. Blutbeutel. Ja, kommen wir weiter. Aha. Leide Fressa. Ja. Das ist meine geschmolzene Scheiße. Oder mein Blut, oder wie auch immer. Oh. Scheiße. Alter. Alter. Alter, er hier mit seinem scheiß Raketenerven, oder was? Ja. Arschloch. Alter, ey. So. Bam, Alter. Erledigt. Gegen meinen Granatenskill kann er nix. Baby. Das ist alles meine Scheiße. Ich, ich, ich hätte dich niemals da reinstecken dürfen. Oh. Los. Oh, oh, oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ich bin 21 und interessiere mich schon länger für Wrestling auf der Suche nach einer Schule und besonders ob auch Frauen trainiert werden und wie teuer das Ganze wäre Also Vielleicht eine neue Dame Vielleicht mal bei Facebook stalken Wenn ich dir mal Facebook eingebe, wenn es auch nur eine von denen ist Dann freue ich mich sehr darauf Aber wahrscheinlich ist das wieder nicht so Keine Ahnung Gibt so nicht zu finden Schade Er will nur wissen, ob er Mädchen zugucken kann Das kann natürlich auch sein Ein Typ, der einfach nur Ja, äh, werden auch Frauen da trainiert? Ja Geil Dann komme ich vorbei Ja Ein schön Drecksch Oh Alter Das ist natürlich jetzt scheiße, ne? Ein Traum aus dem Traum Ahnung Lou Lou Wie geht's klein Lou? Keine Reaktion Na sieh mal an Anscheinend mag mich das Kind Ihr zwei wart bewusstlos. Ich ließ euch herbringen. Du hattest recht. Was du dort auch getan hast, es hat uns in unsere Welt zurückgebracht. Fracht und Ausrüstung sind in deinem privaten Kasten. Ihr habt deinen ganzen Tag geschlafen, als wärt ihr tot. Ich bin schon wieder in Capital Nod. Fragiles Strand, da weißt sich jetzt ziemlich praktisch. Sam, ich muss mich entschuldigen. Lou war der Name für dein eigenes Baby, wenn es überlebt hätte. Ich hätte früher darauf kommen müssen. Keine Ahnung, wovon du redest. Ich bin auf Aufzeichnungen von vor zehn Jahren gestoßen. Ein Tod, ein plötzlicher, mitten in einer kleinen Stadt. Eine junge Frau in der Blüte ihres Lebens. Niemand ahnte was, bis es zu spät war. Ein leerer Sturz. Ihr Ehemann, ein Mitglied von Bridges, hatte Dooms. Er wollte, aber er kam nicht rechtzeitig zu ihr. Die ganze Stadt verschwand von der Landkarte. Zurück blieb nur ein riesiger Krater. Antwort aus Düsseldorf bekommen. Der Veranstalt ist unabhängig von der Security-Firma. Okay. Das konnte ich mir aber schon denken. Veranstalt ist der WWE. Und die Security-Firma, die bringt ja nicht... Die WWE bringt ja nicht über den Teich ihre Leute mit. Für Security. Das ist halt eine deutsche Firma. Der Mann fühlte sich verantwortlich. Hat heute ein richtig geiles Fondue. Okay. Dark King. Ihr Name war Lucy. Kann man machen. Sie war schwanger gewesen, die Ärmste. Und sie hatten auch schon einen Namen für ihren Sohn. Lou. Das war ein Name. Oh, doch. Präsidentin Stratt hat es mir erzählt. Sie redete ständig von dir. Er hätte nicht gleich alles zurücklassen müssen, sagte sie. Jetzt hältst du jetzt mal die Fresse. Ganz ruhig, Sam. Setz dich. Ich habe dir von meinem Körper erzählt. Der zu 70% von Kadavern genährt ist. Willst du den wahren Grund erfahren? Denn was du gehört hast, hast du bloß erfunden. In Wahrheit bin ich Frankensteins Monster. Synthetisch. Gezüchtet aus pluripotenten Stammzellen. Und als der Lebensfunke nicht auf all meine Organe übergriff, ersetzten sie die Fehlerhaften mit denen der Toten. Ich habe keinen Geburtstag. Ich bin eine seelenlose Fleischpuppe. Kein K. Ein Toter. Traditionell geborene Menschen haben Strände. Du hast einen. Bibi auch. Mir fehlen solche Verbindungen. Keine Mutter. Kein Jenseits. Kein Strand. Verstehst du jetzt, wieso mir das alles so wichtig ist? Wieso ich zu Bridges ging? Das Schlachtfeld. Das war ein wirklich schrecklicher Strand. Aber komisch, ich hasste ihn nicht, denn ich wusste, dass du mich holst. Das habe ich noch nie gespürt. Eine Verbindung zu irgendjemandem. Du hättest nicht gleich alles zurücklassen müssen. Damit hatte die Präsidentin wohl recht. Da war nichts, das ich zurückließ. Schließlich war ich dort noch nie willkommen. Kaum. Sogar ich war willkommen. Ach, das. Das hattest du in der Hand. Eine alte Erkennungsmarke. Amerikanisch. War nicht leicht, sie dir abzunehmen. Clifford Unger, wie du siehst. Ich habe unsere Datenbank befragt. Hab ihn gefunden. Er war bei den Special Forces. Kämpfte im Kosovo, Irak, in Afghanistan. Das ist er. Tja, mehr habe ich bisher... Du bist bestimmt voll mit chiraler Materie vom Schlachtfeld. Zeit für eine Dusche, sag ich. Oh, dieses Mal komme ich nicht mit. Das mit Dye Hartmann hat sich erledigt. Ich habe dafür gesorgt, dass unsere nicht aufgenommen werden. Na ja. Von daher ist den Pfeil ja komplett egal. Und ich muss mich woanders melden. Ja. Ich gebe es aber einfach auf. Kein Bock mich damit abzunerven. Ich komme einfach zu Unlimited Wrestling. Genau, und pöbelst da mit den Leuten. Nein, alles cool. Ja, mach. Liga gewonnen, neuer Pokechamp. Okay. Alles Gute. Also, unser Körper, unser H, bewohnen alle dieselbe Welt. Aber unsere Seelen, unser K, besitzen eigene Strände. Diese Strände nehmen unseren Köpfen Gestalt an, durch unsere Vorstellung, Religion, Philosophie und so weiter. Demnach kann ein Strand alles sein. Und diese vielen alles bilden ein Multiversum. Sterben jedoch viele Menschen gleichzeitig, können sich ihre Strände verheddern und ein Strangfeld erzeugen. Dieses Phänomen nimmt in Kriegszeiten durch die allgegenwärtigen Gefühle der Feindseligkeit und Verzweiflung zu. Strände verheddern sich leichter und häufiger. An so einem Strand verschwinden Ausgänge und Erfahrungen werden zu Endlosschleifen. Stell dir einen Plattenspieler vor. Die Nadel hüpft und wiederholt immer wieder denselben Satz. Sie kämpfen einen Kampf ohne Anfang und ohne Ende. Alles dreht sich immer im Kreis. Das Schlachtfeld, auf dem du warst, lag in Osteuropa im Zweiten Weltkrieg. Hm, was seltsam ist, da der Mann, dem du begegnet bist, äh Clifford Anger, vielleicht in dieser Schlacht kämpfte. Ich kann es nicht erklären, aber wenn du mich mit dem Chiral-Netzwerk verbindest, wer weiß, was wir dann entdecken. Tja. Bist du noch da, Sam? Wenn ja, habe ich eine Bitte. Geh nach oben zum Lieferterminal, wenn du soweit bist. Bin soweit. Bist du soweit? Bist du soweit? Ich werde übrigens noch eine halbe Stunde spielen, weil es euch interessiert. Ähm. Dann machen wir so langsam Feierabend. Kann ich helfen? Ach, du Scheiße. John. Bist du das? Riven. Geil, dankeschön. Danke für den zwei Monats ab. Das vom letzten Jahr soll sich den wiederholen. Was hast du noch vor? Na. Eigentlich würde ich gerne wieder ein bisschen Arrow gucken. Da ich ja jetzt die ganze Zeit so viel streame, komme ich einfach gar nicht dazu, Arrow zu gucken. Das heißt, ich komme in meinen Serien nicht weiter. Ja. Diese Stadt ist dein letztes Ziel. Ja. Okay. Nice. Das wird sicherlich noch ewig dauernd hinzukommen, aber... Aha. Wäre auch zu schön gewesen. Ja, mit deiner Freundin. Ne, ne, die pennt. Die pennt schon seit Stunden. Wie geht's mit der... Wie man handelt so? Ja. Hm. Ja. Ihr Körper zeigt keine Anzeichen von Nekrose. Und ich würde sehr gerne wissen, warum das so ist. Vielleicht erfahren wir durch genaue Studien etwas, das uns helfen könnte, den gestrandeten Tod zu überwinden. Selbstverständlich. Noch eine Minute. Ich habe nicht viel Zeit. Bereite dich vor. Ich erwarte dich. Am Termin findest du den Aufmerksamkeit. So. Oh nein. Laga. Das ist alles, was ich hier habe. Oder was ich gerade mit mir führe. Nee. Gut. Das hat alles schon mal nicht so gut funktioniert. Und... Ah, fuck, ey. Also. Das nehmen wir jetzt erstmal. Bola Gun. Die werden wir auf den Rücken packen. Das Sturmgewehr packen wir uns auch auf den Boden. Der ganze Scheiß bleibt weg. Dann haben wir... Der Lastenheber. Der bleibt... Äh... Die... Diese... Anti-GD-Handfeuerwaffe. Ich nehme ja mal die Anti-GD... Äh... Ne... Dings da. Das heißt, die Handfeuerwaffe kann ich eigentlich auch hier lassen. Dann das Reparaturspray. Das kommt mit. Ruff. Dann die Granaten. Kommen mit der Granatentasche. Die Stiefel 3. Die sind noch neu, wa? Die ziehen wir an. Und die anderen packen wir an die Stiefel, klammer. Dann Granate Typ 0, Granate Typ 2, Granatentasche, so, hier nehmen wir mal eine mit, Krafthandschuhe ziehen wir an, Leitern kommen wir auf den Schweber, so, die Blutbeutel nehmen wir alle mit, so, Mike, 32 Monate Reserve, Dankeschön, können wir nochmal ein paar Subs fallen, gut, ein paar Sachen hier, nehmen wir natürlich gleich den Truck wieder mit, das ist wichtig, haben wir ein Sturmgewehr, besitzt 0, nur um eins mit, haben wir auch noch ein paar, so, machen wir das, so, den Truck nehmen wir natürlich, und das Sturmgewehr packen wir auf dem Rücken, die Granate in die Granatentasche ist fällig, also, hier ran, da ran, da ran, da ran, gut, aufrecht, Oh, ne, ne? Also gut, Sam, kümmere dich um sie. Okay, war alles so umsonst, ich muss die Leiche mitschleppen. Toll. Wäre lustig, wenn unsere Haas letztendlich der Schlüssel zur Rettung für uns alle sind. Super lustig. So, klar liegt die jetzt wieder auf dem Boden, wenn das jetzt hier nischt wird, was mach ich folgendes. Warum liegen da noch so viele Sachen vor mir? Mir auch, liegen immer alle Sachen vor mir. So, bitte nicht über die Leiche fahren, das wäre unangenehm. Aber jetzt kann ich auf jeden Fall die Leiche gleich da drauf verfrachten. So. Gut. Wir sind also wieder mit dem Auto unterwegs und müssen als erstes da hin. Gut. Auf jetzt. So, schauen wir mal, wo das ist. Da nicht. Aha. Da müssen wir hin. Gut. Jetzt ist es natürlich wieder am Arsch der Welt. Es gibt natürlich wieder keine gute Möglichkeit, da hinzufahren. Aber jetzt erst mal hier ohne Spoiler zu sagen, Pokémon bekommt 9 von 10. Krass. Okay. Und dann bin ich ja noch gehypter. Wie komme ich da am besten rüber? Da muss ich jetzt auch hin. Wie komme ich da jetzt wieder hin? Ich muss irgendwie hier hoch und dann versuche ich hier hin zu ballern. ist die beste Möglichkeit wahrscheinlich. Na dann gucken wir mal, wie es läuft, wa? Ach guck mal, kann ich hier hochfahren im Wasser? Oh, ne. Oh, ne. Schlechte Idee. Ganz, ganz schlechte Idee. Doch lieber hier. Oh, 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 nein. Oh, nein. Oh, nein. Das machen wir auch so nicht. Oh, nee. Scheiße. Darfst wirklich nicht stehen bleiben. Dann rutscht die Karre einfach so krass weg. Nein, ist ja gut, aber... Jetzt kann ich es vergessen. Vielleicht fahre ich auch da hoch. Ich versuche es jetzt nochmal. Einfach nicht stehen bleiben. Alter, okay. Das war jetzt doch ein... Stück. Zu doll, ne? Hoppala. Die gleiche liegt jetzt da. Scheiße. Okay, das war alles nicht gut. Hm. Nicht so geil. Okay. Ich will aber auf jeden Fall... Ach, scheiße. 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 Okay, dann... Die will ich auf jeden Fall mitnehmen. Sturmgewehr, Stufe 2, braucht aber der Mensch, will die hier auch Stufe 3 ab. Scheiße. Nur mal so als Zipplad einfach neu. Nee. Ich habe doch hier diesen krassen Anzug. Ich mache das jetzt anders. Das war knapp. Ehe spazieren. Platzieren ist die bessere Wahl. Platzieren ist die bessere Wahl. Aber... Wir versuchen es mal so. Aber... Wir versuchen es mal so. Hm. Naja. Geht doch. Ich hoffe, dass auch alles unschön ist, wo ich hier bin, ey. Nicht der einfachste Anstieg, würde ich sagen. Hier einmal abrutsche, ey. Nicht im Wasser. Hm. Den Leiter habe ich natürlich auch nicht dabei. Okay. Das ist also schon mal scheiße. Okay. Jo. Hier ist auch scheiße. Das machen wir mal auch nicht. nicht. Ich kann den Wasser rein hochschwimmen. Ja, mach ich. Okay. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Nein. Auch nicht. Okay. Irgendwann hat da drüben eine Leiter hingelegt. Der muss ja einen Grund haben, warum er die da hinlegt. Oder ich gehe da hoch. Ich glaube, da hoch ist es am besten. Ich gucke nochmal auf die Map. Also wenn ich jetzt hier hinten rumgehe, könnte ich hier lang gehen. Oder ich gehe hier rüber. Das ist vielleicht der bessere Weg. Baden? Auch schön. Ich gehe mal auf den Weg. Ich gehe mal auf den Weg. Hey, hey, hey. Das ist natürlich jetzt die Scheiße, ey. Aber das Spiel gibt dir halt auch einfach mal überhaupt nicht vor, wie du da hinzukommen hast. So, mach dir den Kopf. Mir ist scheißegal, wie du da hin kommst, hauptsache du wägst deinen Arsch dahin. So, mach dir den Kopf, hauptsache du wägst deinen Arsch dahin. Das ist wirklich nicht so easy. Oh, alle Scheiße, was ich hier mache. Tja, kein Plan. Okay, ich setz mich wirklich zurück. Das ist am besten. Das ist wirklich teilweise echt schwierig, das Spiel. Und du musst halt wirklich einfach dranbleiben. Das ist eigentlich noch so das Scheiße an dem Spiel. Dass du halt wirklich, du musst halt einfach, du musst, du musst, mach's jetzt gar noch. So, jetzt kann ich den ganzen Scheiße wieder aufnehmen. Also den Schweber kann ich zwar an mich dran machen, aber das bringt mir jetzt auch nicht so viel. So, dann schauen wir mal, was wir hier wieder wegschmeißen können. Also, die Granaten, die passen in den Garten, komm. So, die Granatentasche, da ist mir scheißegal. So, Blutbeutel, Vorrat. So, die Bolagam brauchen wir auf jeden Fall. Sturmwehr brauchen wir auf jeden Fall. So, das war schon mal nix. Und Gramate. Das ist ja voll, ne? Kann weg. Das, den kann weg. Äh, das, den kann weg. So, auf dem Schwerer sind wir ein paar Blutbeutel. Können wir noch mitnehmen. Und so, wir fassigen unsere Ohren, die Gleiter und nehmen wir auch noch mit. Gut. Nehmen wir noch ein paar Granaten. Die sind jetzt eigentlich auch scheißegal. Ich glaub, die meiste Zeit im Spiel verbringt, um die Fracht zu sortieren, ja. Schwerer. So. So. Schwerer lösen. Bauzeug einsteigen. So, und jetzt müssen wir echt mal gucken. Ich würde sagen, ich fahr jetzt hier wieder hoch. dann hier runter. Dann fahr ich direkt in den See rein, bis ich da schon wieder kommen. Aber ich muss erstmal irgendwie hoch. Ich muss da irgendwie erstmal hoch. Schwerer lösen. Komm mal, was wollte er. Jetzt wird das ganze wieder ein Schneemobil hier. So. Straße erfunden. Hammer. Das nehmen wir jetzt erstmal hier den Weg. Klingt noch voll guten Sache. Oh shit. Ja man, ist ja gut. Jetzt roll ich ihn nicht nach hinten, Mann. Komm, komm, komm. Oh yeah. Das ist der richtige Weg. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Ganz ruhig. Ganz langsam. Schön übermerk. Wie sich das hier hört. So ist das schön. Achso, warte mal. Ich hab doch jetzt mein Baby wieder am Start. Jetzt kann ich doch eigentlich scannen, wo die Typen sind. Ah, guck mal. Äh, hallo. Das war übel, easy. Also, das war ja nun gar kein Problem. Wie geht das an? Ah, guck mal. 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 Das war übel, easy. Ja, guck mal. Mm-hm. Ah, guck mal. Also, das war ja das war. So, dann nehmen wir mal Mamas Leiche auf den Rücken. Das ist komplett hier rum, mir auch scheißegal. Ach hier ist aber schön warm, so liefern, der Leiche ist da, die wird top sein, da gab es nix. U.C.A. Beitrittsanfrage erfasst. Warte auf QPIT-Verbindung. Warte auf QPIT-Verbindung. Warte auf QPIT-Verbindung. Ah ja. Gute Arbeit. Hallo! Was ist los? Wiederbelebung? Sie wird mir das in dem Konto angezeigt. Ach so. Andere Träger Musik. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Das kann man mal machen. Episode 8. Hardman. Hardman. Tja, da hast du mich immer... Tod in 20 Minuten, Alter. Was ist denn jetzt los? Schön, dass du da bist, Sam. Tut mir leid. Ich wollte dich nicht erschrecken, aber ich bin nun mal, was ich bin. Ah, bitte, leg sie dort ab. Immer noch keine Spur. Weißt du, dass dein Herz stehen bleibt? Das tut es alle 21 Minuten. Ich verbringe drei Minuten am Strand und komme zurück. 60 Tode und 60 Wiederbelebungen pro Tag. 60 Chancen am Strand, meine verstorbene Familie zu suchen. So lebe ich. Das ist mein Leben. Und während du beeindruckend oft zur Fuge und wieder zurückgereist bist, war ich etwas öfter am Strand. 218.509 und 40 Mal. Ich sehe mich selbst in diesem Krater. Meine Frau und mein Kind. Er hat die gleiche Form wie mein Herz. Die Ärzte nannten es myokardiale Chordyfomie. Ich bin ein äußerst ungewöhnlicher Fall. Ich habe Bilder. Willst du Hartmanns herzförmiges Herz sehen? Wirklich, das solltest du. Es liegt nicht an mir. Weißt du, ich habe ihren Verlust nie verkraftet. Patrick, 15 Monats Reserv. Da bin ich ja. Moin, natürlich auch. Das der Strand real ist und dass sie dort sind. Ich sorgte für einen Herzstellstand. Immer drei Minuten lang. Und suchte sie. Tag für Tag für Tag. Nur um mich zu verabschieden. Im Gegenteil. Es heißt, jedermanns Strand sei anders. Und wenn nun auch jedermanns Jenseits anders ist, der Gedanke jagt mir Angst ein, für alle Ewigkeit allein zu sein. Deshalb habe ich beschlossen, meine Familie zu finden und den Weg mit ihnen zusammen weiterzugehen. Du meinst, mit ihnen sterben? Nein. Wenn uns der Tod wieder vereint, dann ja. Aber die wiederholten Herzstillstände waren schwer für mein Herz. Der Muskel hat sich verformt. Und nach einer Weile hatte ich dann meinen Spitznamen weg. Der Strandforscher. Hm. Hartmann. Ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben. Oh. Ein Körper, der nicht nekrotisiert. Kein Anzeichen von Verwesung. Es ist, als sei sie noch lebendig. Die perfekte Mumie. Eine makellose Leiche. Was ist los? Wo ist das andere Ding, das du mitbringen solltest? Ah. Gefunden. Sieh mal. Warte. Dead Man. Sieht aus wie eine Nabelschnur. Sieht mir menschlich aus, glaube ich. Aber das war keine gewöhnliche Verbindung zwischen Fötus und Plazenta. Sie wirkt eher wie eine GD-Nabelschnur. Und die Stamm von Mama? Ja. Hm. Ein nicht nekrotisierender Körper und eine mit dem Strand verbundene Nabelschnur. Das sind bemerkenswerte Entdeckungen, Sam. Das bringt mein Bundesherz zum Rasen. Fünf Minuten bis zum Herzstillstand. Tut mir leid, dass unsere Unterhaltung gleich enden muss. Ach. Ich muss zurück an den Strand. Meine Frau und mein Kind suchen. Eine Person. Ein Strand. Das ist die Regel. Aber ich bin die Ausnahme. Mein Strand ist mit anderen verbunden. Als wäre das der Vorteil eines koronaren Bypasses. Vielleicht wurde es ja durch mein seltsames Herz möglich. Alles, was ich weiß, ist, dass ich sie finden werde. Selbst wenn jeder Besuch neue Fragen aufwirft, finde ich eines Tages meine Antworten. Eines Tages. Drei Minuten bis zum Herzstillstand. Die Schlachtfelder. Die endlosen Kriege, in denen du gefangen warst. Warum geistern Weltkriegssoldaten im Jahrhundert nach ihrem Tod über den Strand? Eigentlich ziehen die Seelen der Toten weiter. Der Strand ist nur ein Korridor, den sie auf ihrem Weg zur anderen Seite passieren. Aber wenn Reue, Verbitterung, ein brennender Wunsch danach, zu bleiben, wenn diese Gefühle stark genug sind, können sie zusammen einen ganz anderen Strand hervorbringen. Ein gemeinsames Fegefeuer für eine Armee der Verdammten. Clifford Unger. Sein Leid und sein Hass haben, zusammen mit deinem als einer Art Katalysator dienenden Bibi, diese Schlachtfelder in unsere Welt gebracht. Zwei Minuten bis zum Herzstillstand. Bitte an einen Sicherheitsfall. Ich muss zur Arbeit. Kaffee-Typ, hau rein. Viel Spaß auf Arbeit. Mach dich nicht kaputt. Glaubst du, Hicks zieht im Hintergrund die Fäden? Kann wohl mehr zu hören. Ich muss heute nicht eine Position aufnehmen. Ich weiß es nicht. Aber die Hinweise sprechen dafür, dass Hicks sie hergebracht hat. Noch eine Minute. Bitte halten Sie sich auf etwas fest. Oh, bevor ich es vergesse. Ich habe eine Bitte an dich. Labor-Sicherheitsmaßnahmen aktiviert. Könntest du bitte einfach warten, bis ich wieder da bin? Am Strand steht die Zeit still, aber nicht in der Fuge. Keine Sorge. Für dich fühlt sich das nur wie drei Minuten an. Wir reden gleich weiter. Bis zum nächsten Mal. Jetzt kann ich hier drei Minuten sitzen und nichts tun. Ja, ne, kann ich bitte sagen, worum es in dem Spiel geht? Ich glaube, so ganz genau kann das keiner sagen. Das ist alles ein bisschen komisch. Warten wir mal, ich finde es auch lustig, dass sie das durchziehen. So, ja, warte mal kurz drei Minuten, okay? Und ja, ziehen das durch. So im Spiel, es gibt jetzt keine Möglichkeit, das zu überspringen oder so, sondern einfach, ja. Ja. Schlechlos. Okay, mein Fernseher hat gerade das Signal verloren. Ah. Ja. Gucken wir uns einfach mal drei Minuten da den Toten an. Ja. Ja. Komm, wir machen. Sehr. grüße tut mir leid wo waren wir ich bin den 21 minuten zyklus gewohnt aber beim ersten persönlichen treffen gibt es einfach zu viel zu besprechen für eine runde ist bestimmt kein leichtes leben ja und nein jetzt da ich daran gewöhnt bin ist es nicht mehr allzu lästig Stuhlgang Hygiene Ernährung die meisten Grundbedürfnisse des Lebens lassen sich gut in 21 minuten erledigen schlafen gestaltet sich schwierig und zwischenmenschlich ist natürlich verbal oder sexuell nicht dass das jemanden in meiner lage groß interessieren würde liest du es ist du Musik schaust du Filme weißt du ich beschäftige mich meine Sammlung umfasst Musik Fernsehsendungen einige sehr interessante Kurzfilme und Geschichten alles kann in einem 21 minuten Fenster konsumiert werden alles aus der Zeit vor dem bestrandeten Tod versteht sich aber ehrlich gesagt das wäre lustig wenn da jetzt Walking Dead drinstehen oder reine Auszeit mehr nicht Zeit die ich rumkriegen muss bis zur nächsten Suche mein Körper mag hier sein aber meine Seele bald am Strand ich bin bereits tot ich kenne das Gefühl meine Familie starb bei einem Unfall oh ich hätte nie gedacht dass du dich mir öffnest zufälligerweise bin ich über deine Situation im Bild auch ich habe meine Familie bei einem Unfall verloren ich lag wegen einer Herz-OP auf der Intensivstation weit draußen in der Stadt als klar war dass ich das überstehen würde ich wollte meine Frau und meine Tochter nach Hause um ein paar Sachen für mich zu holen und dann haben die leere Stürze sie erwischt die Stadt und das Krankenhaus blieben vom Schlimmsten verschont aber die Schockwelle kappte den Strom und meine Lebenserhaltung ich erwachte am Strand die Opfer der beiden leere Stürze waren dort was ist passiert was ist los ich erblickte meine Frau und meine Tochter unter ihnen hey ich bin's worin geht ihr wartet ok er wird gerade wiederbelebt das ist auch krank geht nicht ohne mich geht nicht ohne mich bitte geht nicht der Notgenerator der Station sprang an und der Defibrillator belebte mich wieder genau 21 Minuten nach meinem Spielstand damals sah ich meine Familie zum letzten Mal wegen meines verdammten Herzens wurden wir getrennt aber irgendwann wird es dafür sorgen dass ich sie wieder sehe es definiert mich ich bin Hartmann seither erkunde ich die Strände anderer ich folge den Fußspuren meiner Familie vor eine Weile und wenn ich müde werde kehre ich hierhin zurück und forsche weiter irgendwie lustig selbst wenn mein Herz still steht der Schmerz bleibt ähm hast du Familienfotos Sam schade fünf Minuten bis zum Herbstiegstand sagst du mir warum ich hier bin bevor du in den Strand zurückkehrst oh ähm natürlich es gibt eine Prepper Station in diesem Gebiet unsere Forscher dort untersuchen Material aus der Zeit vor dem gestrandeten Tod was für ein Material die Erde hat ein langes Gedächtnis ihre Schichten erzählen eine Geschichte die bis zum Anfang zurückreicht eine die sogar den gestrandeten Tod überstand die Forscher sind alle Kollegen von mir aus der früheren Expedition ich möchte dass du sie ins Hirane Netzwerk bringst Amelie schlug vor Forschungsposten zu errichten an diesem Gürtel trotz einer weltweiten Suche ist dies die einzige bekannte Fundstätte von Fossilien aus der späten Kreidezeit ähm als die Dinosaurier ausstarben wir glauben dass die letzten von ihnen hier lebten und zwar nur hier wenn das stimmt birgt die Erde Erinnerungen an ein großes Massenaussterben sie könnten uns helfen unsere missliche Lage zu überleben bestimmt war das Amelies Hoffnung als Teil des Vorausteams als sie unser Zweitteam hierher sagte die Vergangenheit durchdringt die Gegenwart und hilft uns die Zukunft zu bauen das schärfte sie uns genau ein ehe sie nach Westen ging Drei Minuten bis zum Platzstillstand Ach gib Ruhe ich schalte dich auf lautlos etwas später bemerkten wir ungewöhnliche Aktivitäten in den Teergürteln bei Edchnod City große Teermengen begannen hochzusteigen sich auszubreiten und verschlangen viele meiner Kollegen und ein chiralen Wegposten der ganze Vorfall ließ sich nicht erklären glaubst du das war Hex? Komm mal auf Schlafhund ich weiß es nicht aber wir brauchen diesen Wegposten es war entscheidend für die Erweiterung des viralen Netzwerks nach Westen deshalb bitte ich dich um deine Hilfe beim Bau eines Neuen er wird nicht groß wir haben nur eine Handvoll Ausrüstung zusammenkratzen können kein Vergleich zu den Knotenstätten das ist sicher aber Knoten ist Knoten Sam integriere die Wissenschaftler mit dem Cupid ins Netzwerk geh dann zu Amelie danach können wir uns wieder der wichtigen Aufgabe widmen denn gestrand ich wusste dass das passiert das war mir so klar was denn er geht jetzt einfach mach dir keine Sorgen um ihn, Sam die Luftmatratzen federn den Aufprall ab ich öffne die Tür für dich ach ja in wie Du hörst es, Sam. Du kannst den Auftrag an einen IFA-Terminal annehmen. Unser oberstes Ziel in dieser Region ist der Bau eines Ersatzes für einen vom Teer verschlungenen Wegposten. Zuerst musst du einen Bunker mit unseren Forschern ins Chirale-Netzwerk integrieren. Aber wir wissen weder, wie es Amelie geht, noch was Higgs im Schilde führt. Das beschäftigt uns genauso wie dich. Erst in Achnod City können wir mehr erfahren. Deshalb müssen wir zuerst diese Region anbinden. Du solltest mit dem Geologen und dem Paleontologen beginnen. Letztara hat etwas für die Evo-Devo-Geologin. Sie solltest du also zuletzt aufsuchen. So kannst du eine Lieferung abschließen und gleichzeitig den letzten Ort verbinden. Komm hierher zurück, sobald alle drei am Netz sind. Dann können wir uns dran machen, den verlorenen Wegposten zu ersetzen. Na gut. Ein Wärmepad. Unverzichtbare Ausrüstung für kalte Umgebungen. Besonders nützlich beim durchqueren Schneebedeckter Gebirge. Ich werde wieder versuchen alles zu fahren. Und wenn das nicht klappt, weil ich mein Auto auch mal verloren habe, kriege ich mal lieber so einen Lastenschweber noch mit. So. Komm mal, Tasche passt. Passt alles. Aufträge annehmen. 100 Kilo noch dazu. Ah, toll. Dann habe ich wieder zu viel. Unverteidach geparkt. Was? Er gräbt dort draußen schon eine ganze Weile und leidet mittlerweile unter den Auswirkungen von chiraler Kontamination. Haul da so, wenn ich das irgendwo drauf brauche. Das ist zweitlos die Folge der starten Chiraliumbelastung während der Grabung. Bevor der Bereich nicht dekontaminiert wurde, kann er nicht weiter arbeiten. Und erholen wird er sich auch nicht. Deshalb müssen wir ihm etwas Chiraliumentferner bringen. Die Fibrillation aufhalten. Die Erdschicht, die das Team untersucht hat, stammt aus dem Ende der Kreidezeit. Aus der Zeit des berüchtigten Massenaussterbens, das die Herrschaft der Dinosaurier beendete und die Erde den kleinen Säugetieren übereinst. Und er ist das jüngste der großen fünf und eines der größten Massenaussterben aller Zeiten. Unser Team hat etwas wirklich bemerkenswertes entdeckt. Kommst du darauf, was es ist? Einen Fossilienstrand. Sollte es wirklich das sein, was wir denken, dann hat er eine gewaltige Entdeckung gemacht. Deshalb, Sam, ist es wichtig, dass du diesen Chiraliumentferner schnellstmöglich lieferst. Und noch etwas, Sam. Bei diesem Auftrag transportierst du eine Antimaterienbote. Ein Bridges-Paleontologe in einer Grabungsstätte braucht sie. Anscheinend liegen die Fossilien, die er untersuchen will, unter einer tiefen Teerschicht begraben, die er aufsprengen muss. Ich hoffe, du weißt, dass du mit Sprengstoff äußerst vorsichtig sein musst. Aber zur Sicherheit nochmal. Sorge dafür, dass der Behälter unversehrt bleibt. Keine Chance. Keine Chance. Wird nichts. Wird nichts. Sam, bitte vergiss nicht. Alle Unregelmäßigkeiten sollten ab. Dem devem dimensional. wingende Scheißen erwifftet haben. Mem preferably eher gedammese 쿠őse. Wie ist sein Fundus ok? Das geht nicht. авt. Ich fahr den ganzen Scheiß erstmal aufs Auto und dann können wir immer noch. So, also, das Wärme-Pad, jetzt habe ich schon wieder zwei so eine Sturmgewehre hier. So, alles aufs Auto und dann kann das losgehen. So, dann können wir den Scheiß hier noch mitnehmen und dann sind wir erstmal gut vorbereitet auf alles. Müssen wir es nur noch schaffen mit der Karre dahin zu fahren. Aber darum kümmern wir uns morgen. Das heißt, morgen, also Montag wird es natürlich wie in Art of Russia auch wieder einen Livestream geben und wir spielen weiter Death Stranding. Das heißt, morgen ist dann nochmal Death Stranding und dann Dienstag, Mittwoch auch nochmal. Donnerstag, Freitag, keine Ahnung. Aber ich denke mal, dass wir gar nicht mehr so lange brauchen. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir jetzt in Richtung Endspurt unterwegs sind. Das wird jetzt noch einiges kosten, aber wenn ich die nächsten vier Tage durchstreame, dann sollte das alles funktionieren. Ab 20 Uhr weiß ich noch nicht. Ich gehe erstmal von Jahr aus, kann aber auch 21 Uhr werden. Ja, also auch hier wieder schön Social Media abchecken und so. Ihr kennt den ganzen Spaß und dann machen wir das. Also morgen 20, 21 Uhr, sowas in der Drehe wird es werden. Und dann ziehen wir morgen weiter durch mit diesem wunderbaren Spiel. Und dann war es das erstmal für heute. Vielen Dank fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Dranbleiben. Schlaft schön. Legt euch hin. Arbeitet morgen fein. Und dann in Art of Russia morgen wieder haut rein und tschüssi.